So, moin moin Leute, es ist Sonntag, das bedeutet ich werbe vor zu streamen, da dieser Stream läuft und eine Kamera auf mich gerichtet ist, gehe ich davon aus, dass ich das auch tue. In diesem Sinne, grüße euch, schönen guten Abend. Ja, erstmal hallo und schmerzlich willkommen. So, meine Einstellungen stimmen. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende, ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Samstag, ich hoffe, ihr hattet einen guten Sonntag bis jetzt und ja, ich gucke erstmal, wer so da ist, bevor ich jetzt anfange zu quatschen und auf die Überschrift eingehe. Über, Moment, Twitch, ja doch, die Überschrift müsste ungefähr da irgendwo sein. In dem Sinne, Doom, grüße dich, schön, dass du da bist, ich wünsche dir einen entspannten Abend. Und, ah, dasselbe gilt natürlich auch für Amonishta, B2101, ich glaube, ich nenne dich 21, sonst komme ich damit durcheinander. Kotzi the Cat, Kratzer Only, grüße dich, moin moin Digga. Ja, Floxig und Jagata Produktion, hi und herzlich willkommen. For everyone who's not speaking German, hi and welcome to the stream. If you have any questions, just ask in English and I will also respond in English, but mostly I will speak German because I'm from Germany and the biggest part of the community is also from Germany, so hi and welcome. Ja. Letzter Kreativ-Stream vor der Gamescom. Ich habe heute Nachmittag mich ein bisschen ums Setup gekümmert und habe gedacht, ich mache nochmal einen Analog-Stream. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Was heißt Analog-Stream? Ich zeichne so ganz schnöde, klassisch, ihr habt das vielleicht mal in so alten Schwarz-Weiß-Filmen gesehen oder mal von eurem Opa gehört, mit so etwas. Das ist ein Bleistift und den verwendet man auf Papier. Und genau das mag schockierend wirken in der Zeit der Grafiktabletten und der digitalen Kunst und der Zeichenprogramme. Genau das werde ich heute auch tun. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe mich so halb darauf vorbereitet, ich habe eine kleine Skizze gemacht, ich weiß ungefähr, was ich machen will. Da ich zu wenig dazu komme, habe ich gedacht, gebe ich mir das heute mal im Stream. Ich habe schon meinen Prä-Messe-Kurzfahrschnitt fertig, weil ich fahre nächste Woche auf die Gamescom in Köln. Und da will man ja ordentlich aussehen. Und, das bringt mich dazu, es gibt nächste Woche keinen richtigen Streamplan. Ich habe zwar ein entsprechendes Dokument online gestellt, aber im Großen und Ganzen wird nächste Woche nur Montag, also morgen gestreamt. Und da machen wir den sogenannten Pre-Gamescom-Game-Stream. Das heißt, ab 18 Uhr werde ich mit meinen Mods und mit Jujibla und mit noch eventuell ein, zwei anderen Leuten chatten. Ich werde mit denen ein bisschen über die Messe stanken und, hey, bleib mal, grüß dich, moin, moin, mein Besser. Bisschen gucken, was uns erwartet und werde unter anderem Overwatch-Stream. Ich habe heute schon einen kleinen Test gemacht. Ich glaube, ich habe das Testvideo noch nicht gelöscht. Und basierend auf meiner Grafikkarte, es läuft flüssig, die Bildqualität ist nicht so schön. Und bei mir geht es eigentlich mehr um den Stream an sich, also um das Community-Ding zusammen zu schnacken, ein bisschen zusammen zu daddeln. Und viele Leute machen es ja tatsächlich auch so, dass sie im Grunde genommen die Bildqualität für maximale FPS und blablabla runterstellen. Also ganz viele Streams sehen ja teilweise gar nicht so gut aus, wie sie könnten. Und ich will mich da jetzt auch nicht mit stressen. Ich will morgen einen entspannten Tag machen und Spaß haben. Und Dienstag geht es dann nach Kölle. So, ja, ich gehe mal rüber und zeige mich. Klar, ich finde es auch cool, dass du mal wieder reinschaust, Digga. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir können nachher nochmal das neue... Da ist es. Ich habe da so einen Zettel. Schön, schön. Ich werde mich daran orientieren, was ich hier gemacht habe. Das ist ein alter Ausdruck. Da habe ich mit einem Design experimentiert. Aus der Anfangsphase meiner Arbeit für das Pen-and-Paper-Rollenspiel Contact. Da habe ich unter anderem eine große vierarmige Körperpanzerung entworfen. Und eine meiner ersten Ideen war im Grunde genommen ein Roboter mit so Dreadlock-artigen Tentakeln, wo dann allerlei Sensoren drin sind. Die wollten die nicht. Musste ich ein bisschen atmen lassen, weil ich war von der Idee überzeugt. Damals fiel mir das noch schwer, mich von meinen Ideen zu trennen. War aber okay. Ich habe mir das Ding im Hinterkopf aufbewahrt. Und habe dann irgendwann angefangen, das Ganze weiterzuentwickeln. Zu einer Idee. Dass es ja eigentlich auch ganz cool wäre, wenn so eine Art Tintenfisch-Alien, dessen Tentakel dann hinten in diesen kybernetischen Tentakeln stecken, in dieser Rüstung drin wäre. Ich werde anfangen zu zeichnen und hoffe, dass ich zu dem Look komme, den ich im Kopf habe. Sollte das zeichentechnisch einigermaßen funzen und laufen, kann es sein, dass ich im zweiten Teil des Tages an einem Auftrag weiterarbeite. Der ist mir nur zu wichtig, um da einfach so beizugehen. Ich werde gerade Stück für Stück kleiner. Ich muss gleich mal den Bürostuhl neu einstellen. Ich habe ja schon mal an diesem Iron Man angefangen zu arbeiten. Das ist allerdings eine Commission, das ist ein Auftrag. Und da muss ich mir entsprechend Mühe geben. Das heißt, das darf ich nicht verbocken. Und darum, da ich in letzter Zeit wenig analoge Kunst geschaffen habe, zeit- und auftragsbedingt, ist es einfach so, dass ich mich da erstmal in Ruhe reinarbeiten will. Also ein bisschen warm zeichne, wenn man so will. Und dementsprechend machen wir heute genau das. Und ja, die liebe Dame hat mir ziemlich viel Freiraum gelassen, genauso wie einige andere Auftraggeber im Moment, was mir sehr, sehr hilft, wofür ich auch extrem dankbar bin. Die hat halt einen wirklich detaillierten Iron Man bestellt. Der wird dann danach entsprechend eingescannt, ausgedruckt. Und dann wird die ausgedruckte Variante von Hand koloriert mit so, ohne was umzuwerfen, mit so was hier, so Marker-Stuff. Ich habe davon so ein paar. Meine lieben Leute von Molotow haben mir ja Bescheid gegeben, dass sie den Kram einstellen, dass sie den nicht weiterproduzieren werden. Jetzt, wo ich da voll eingestiegen bin und mir das komplett so jemand geholt habe, Also darf ich mir wieder einen neuen Marker-Hersteller suchen? Finde ich super. Und diese beiden handgefertigten Unikate, die die Dame in Auftrag gegeben hat, werden dann an sie gehen. So, Floxic! Ich grüße dich, mein Bester. Chilling Tag. Der spielt morgen eventuell auch mit. Ich hoffe, dir jätet gut. Kratschig. Also eigentlich ist das Mic ganz normal eingestellt. Es kann sein, dass ich ein bisschen eine raue Stimme habe. Warum koloriere ich nicht das Original? Das ist eine gute Frage. Weil ich das Original erhalten möchte. Das Original wird ja eine handgefertigte Bleistiftzeichnung. Und um das nicht zu zerstören, erschaffe ich im Grunde genommen ein zweites Original, indem ich einfach eine Kopie erstelle am Computer, die so leicht ausfädelt, dass die nur noch so als grauer Schatten hinterlegt ist, und koloriere das dann über. Ob ich nun über eine gescannte Kopie drüber koloriere und inke, oder über eine Bleistiftzeichnung, ist ja schlussendlich egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Nur erhalte ich die Bleistiftzeichnung. Und ich habe festgestellt, dass der ein oder andere Kunde das irgendwie ganz cool findet, wenn er bei dir ein Original in Auftrag gibt, und er kriegt eine Bleistiftzeichnung und ein koloriertes Ding. Die stehen da irgendwie drauf. Würde ich auch geil finden. Also insofern. So, also ich werde mal anfangen zu zeichnen. Ich habe allerdings, ich habe das schon des Öfteren erwähnt, und ich bin so ein bisschen, um den immer wieder schönen Ausdruck von Oliver Wetter zu verwenden, kreativer Autist, was analoges Zeichnen angeht. Ich vergesse meine Umgebung sehr, sehr stark. Wartet auf den ersten, der den Remark erkennt. Weißt du, wer noch mal herstellt in Unitology? Floxik, vielen lieben Dank für den Host, und danke, dass du mich daran gehindert hast, weiter über Dooms Kommentar nachzudenken. Ich fange mal an zu zeichnen. In diesem Sinne, wie war euer Wochenende? Ich hoffe, gut. Bei Doom weiß ich, dass sein es gut war. Eine Alien-Panzerung. So, ich habe hier die Grundform. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sieht. Mal gucken. So ein bisschen. Seht ihr das? Das ist mit Prismacolor-Markern vorskizziert. Das ist so ein leichter Blauton. Damit habe ich mir die Grundform hingepackt. Ich will ihn in so einer laufenden Pose, eine Faust oben, der ist ja vierarmig, das kleinere Paar Arme lädt gerade nach, und das große Feuer hat gerade Raketentorso-Modul offen. Und so ein bisschen in so einer Footballer-Pose, so ein bisschen Schultern oben nach vorne am Laufen, die Tentakel hinterher. Das ist so die Idee, die ich im Kopf habe. Ich bin raus. Dead Space habe ich nicht gespielt. Also nicht wirklich. Ich habe mal die Demo ein bisschen gespielt und hatte dann keine Zeit, das weiterzuzocken. Dementsprechend muss ich mal gucken. Der hat nur drei Finger. Das heißt, wir haben eine relativ schwere Armmodulung. Das ist relativ gut, wenn das nicht zu sehr nach fortgeschrittener menschlicher Technologie aussieht, sondern eher wirklich alienhaft. Mein Wochenende war relativ cool, da ich seit gestern Abend Urlaub habe und eigentlich relativ gut davor bin, was die Gamescom angeht, bin ich sehr, sehr entspannt. Ich freue mich morgen auf den Game-Stream. und bin ein bisschen am überlegen, was mich in Köln und Bonn, wo mein Hotel ist, so erwartet. Ich war Anfang des Jahres ja erst in Köln, also insofern habe ich nicht das Gefühl, lange weg zu sein. Ich habe generell in den letzten Jahren die Stadt Köln an sich sehr, sehr schätzen gelernt. Ich bin tatsächlich gerne da. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich denke, das wird ein ein cooles Wochenende. Ich hoffe, ich treffe eine Menge Leute dort, nicht nur, aber auch sehr gerne natürlich offizielle Menschen, wie zum Beispiel Caneplay oder wenn alles klappt, werde ich jetzt tatsächlich Joe Manuera treffen. Da habe ich auch echt alles an Vitamin B abgeklopft, was ich in irgendeiner Form habe. Alles, was ich an Leuten in der Games-Branche kenne, habe ich echt benutzt, um dieses, um diese Geschichte einzufädeln. Das war, aber, muss man auch mal machen. Ich werde noch, bin noch bei einem Meet & Greet mit den Entwicklern vom neuen Deus Ex am Freitag. Ich werde, ähm, noch so, ich werde, ähm, die VR-Version von Resident Evil testen und Doom wird es filmen. Ich werde mich da, glaube ich, abartig hart zum Otto machen. Aufs Übelste. Aber, ich werde es natürlich für euch hochladen. Nee, Doom, äh, du hast in dem Fall tatsächlich wenig beigetragen. Du hast mich nur so ein bisschen auf die Idee gebracht, ja. Aber alles, was dann danach kam, wo ich mir dann dachte, folgende Person kannst du mal anrufen und ditch da mal ein bisschen was an und guckst, wohin sich das bewegt. Das waren dann schon andere Kanäle. Ja, das befürchte ich übrigens auch. Zwei Dinge, die ich sehr schätzen gelernt habe beim analogen Zeichnen. Einmal, äh, Tombow Mono Zero. Radiergummi. Wie ihr seht, das sind diese ganz kleinen Radiergummis, die normalerweise hinten an den Druckbleistiften dran sind. Die sind voll geil. Total großartiger Shit. Und von Pentel, ist der ja auch von Pentel, Grafgear 1000. Vollmetall-Druckbleistift 0,3 mm. Das Beste. Ernsthaft. Geilster Druckbleistift possible. Wenn ich bei Conventions bin, frage ich mich immer, ob das irgendwie dämlich aussieht, wenn ich da mit dem Radiergummi in der Moor rumsitze, aber das ist so. Der leichteste Weg ist nicht zu weit weg packen zu müssen. Achso, was ich vergessen habe zu erwähnen, Doom wird das Spiel auch auf VR testen und ich werde das filmen. Jetzt weiß ich, ihr werdet ein Vergleichsvideo haben, wer sich heftiger wegwirft. Hi, Doom. Bevor du jetzt eifrig schreibst, äh, nee, 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 ich werde das nicht testen. Ähm. Genau, Only. Bevor du jetzt sagst, du wirst es nicht testen, ich kenne da glücklicherweise wen bei Sony und kann beeinflussen, welches Spiel gestartet wird, wenn du die VR-Brille auf hast. Also, er gibt dich in dein Schicksal. Hm. Ich bin mir übrigens nicht so ganz sicher, wo ich mit dem Design hin will. Ich entwickle das im Grunde genommen gerade während ich, äh, da dran arbeite. Das ist so eine, ich sag mal Marotte von mir. Dass ich ganz gerne anfange zu zeichnen, mit einem sehr groben Plan. Was oftmals dazu führt, dass ich meine Ideen auch ein bisschen überwerfen muss. Und dann nachher da sitze und mich frage, okay, das willst du jetzt doch anders machen. Wie kriegst du das jetzt noch hin? Hm. Hm. Nee, nee, du. Nee. Da kommst du nicht raus, Digga. Und denke mal dran, es ist für die Community. Wirst du diese lieben Menschen enttäuschen? Phlox weint, wenn du das nicht machst. Wir wissen, Phlox weint echt nicht schnell. Aber wenn er weint, dann ist es schlimm. Das könnte so eine Art auf der Seite könnte man es auch so machen, dass das wie so eine Art Panzerarm ist, in Anführungsstrichen. Aber halt dann die Alien-Version von dem Panzerarm nicht durch mega, mega, ist ja mega, fette Rüstung, sondern im Grunde genommen dadurch, dass dort eine Art Schutzschildsystem implementiert ist, das dann halt bei Bedarf projiziert wird. noch ein bisschen was für das Design, eine Rocket Pods überlegen und gucken, wie die aussehen werden. Ähm... wie die aussehen Ich werde nachher einige der Outlines noch mit einem stärkeren Bleistift nachziehen. Das nennt sich dann Line Weight im Englischen. Und damit kann man ja relativ gut arbeiten. Und hier will ich dem... Ich versuche mir jetzt doch im Nachhinein entschieden, dem Armsegment noch Tiefe zu geben. Mal gucken, wie das aussieht gleich. Und ich werde Mühe geben, während meiner Tour über die Gamescom möglichst viel Material zu sammeln, Fotos zu machen. Gute und lustige, beides. Es wird einen Ordner mit Messebabe-Fotos geben, sofern die die dieses Jahr noch nicht abgeschafft haben, was schade wäre. Weil... Da bin ich doch Kerl genug. Die gucke ich mir dann schon an. Das gebe ich auch zu. Jetzt ein bisschen mehr Struktur wirkt das schon, finde ich, besser. Das passt eher. Denkt dran übrigens, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Zeichnen etc. Also zu Arbeitsmaterialien wie Markern oder irgendwas in der Art, dann sagt mir ruhig Bescheid. Irgendwann gucke ich hoch und krieg das mit. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das hat ein bisschen der Nachteil von dem Papier... Das ist olduğuitters rosten, also... Was benutze ich denn hier... Das ist von der One-For-All-Professional-Arpad-Block von Molotow. Es gibt einen geilen Effekt mit Markern, ist aber durch die Beschichtung ein bisschen genatschig mit Bleistift. Erzeugt sehr feine Linien, man muss aber ein bisschen aufpassen, wie man arbeitet. Aufpassen beim Cola trinken. Flecken auf dem Artwork sind scheiße. Das ist auch so eine Sache, ich bin ein extremer Rechtshänder. Das heißt, ich bin ein extremer Rechtshänder. Das heißt, das ist manchmal ein bisschen komisch. Ich nehme dann den Stift irgendwie nicht in die Hand, sondern pack den im Mund und radiere dann stattdessen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das sollte aber kein Problem sein. Zum fliegenden Fick. Zum Hänger. Au. So was solltet ihr euch immer besorgen. Zum Reinigen. Ach, da liegt der Scheiße. Bleib liegen. Hm. Gott. Ja, ich schrei mein Zeichenmaterial an. Das ist auch normal. Ich brüll auch ab und zu meinen PC an, wenn er ein Arsch ist. Wobei mein PC immer klasse ist und nie ein Arsch. Also brüche ich ihn ganz selten an. Vor allem nicht, wenn ich hoffe, dass er weiter funktioniert, wie er soll. Und das ist halt so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der ganzen Ladung so Projektionsöffnung. Ist gerade eigentlich noch irgendwer am kreativen Werken außer mir? Also von euch herz. Nicht irgendwie andere Kanäle oder so. So, was ich eben vergessen habe. Oder beziehungsweise was ich sonst auch einfach gerne nochmal sage. Für diejenigen, die meine Gamescom-Eskapaden und meine Berichterstattung und Fotos interessieren und das sehen möchten. Einfach bei Facebook und Twitter dranbleiben. Caleb! Ich grüße dich. Moin Moin. Schön, dass du einschaust. Ja. Ich habe gedacht... Ach komm, warum nicht? Ich habe da mal Lust drauf. Ich habe da mal Lust drauf. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr was erkennen könnt. Fär so ein Schade. Aber da ich schon eine Full-HD-Cam irgendwie halbwegs aufs Blatt gelegt habe... Kamera-Abstand ist so... Ich habe ungefähr den Abstand zwischen Kamera und Blatt. Bin ich guter Dinge... Dass das klappt und dann... Achtung! Cooles Wort. Test-Screening. Das klingt gut aus. Das klingt gut. Das klingt gut dumm. Cool. Okay, dann... Klingt geil. Zombie-Pan-and-Pepa ist auch von der Idee her geil. So, Schutzschildeprojektion. Wenn wir die Faust schließen. So. Den... Dann haben wir den hier. So. Wow. Jetzt geht's der boot. So. 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 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe langsam ein Gefühl, so ein bisschen eine Vorstellung zu kriegen davon, wie das nachher aussehen wird. Abgefahrene Shit. Ich habe, glaube ich, gestern, oder wann das war, nochmal zum Thema Tentakel und Aliens, ein Video gesehen von einem Riesen-Kalamar, den sie dazu gebracht haben, einen Köder umzufressen. Der Schwede. Da war so eine Horde asiatisch-stimmiger Menschen in diesem U-Boat, die das total faszinierend fanden, alle ihren Kamerareflex ausgelöst haben in dem Moment und gefilmt haben wie die Großen. Wenn ich einfach nur dachte, wenn ich jetzt an Bord von diesem winzig kleinen U-Boat irgendwo fucking tief im Meer wäre und da ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ähm... So ein, so ein, so ein fetter Kalamar vor mir, so ein Riesenviech. Ich würde irgendwie, glaube ich, die Höllenpanik vor dem Hirn schieben. Ähm, ne, das ist tatsächlich bei dem Viech so, dass der halt zwei Paar Arme hat, ein, äh, kleines und ein ziemlich großes, extrem massives. Keine Sinnentscheidung, reine Look-Sache. Könnte aber auch im Grunde genommen eine Power-Fist sein, also es ist, äh... Ich sehe da jetzt kein Problem mehr drin, wenn es eine ist. Sagen wir es so. cz, stein. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Na-gl ச. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und mit der Idee gehe ich schon eine Weile schwanger, wie man so schön sagt Und die darf jetzt mal raus, zumindest ansatzweise Oh, Bleistift hierbleiben Oh, Bleistift hierbleiben Ah, Bleistift hierbleiben Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich rede von der Kunst, nicht von Zhu. In dem Sinne, ich hoffe auch in der Form kann ich euch angemessen unterhalten. Oder ob ich die eine oder andere kreative Idee näher bringe. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder in irgendeiner Form etwas wissen wollen, immer raus damit. Ich kann nur im Moment gerade zum Beispiel zu irgendwelchen Programmen oder so nicht auf die Schnelle mal was erklären. Oder zeigen, erklären natürlich schon, aber nicht zeigen. Einfach weil ich die komplett alle nicht anhabe und das Streamfenster... Dass das Stream-Gedöns hier darauf nicht eingestellt ist. Und das ist das Ding. Und das ist das Ding. Und das ist das Ding. Das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein bisschen, gucken wir mal. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier habe ich jetzt tatsächlich fast einen Tick zu hoch gezogen. Ist aber Latte. Ist im Grunde genommen egal. Ich weiß jetzt schon, dass der Entwurf nicht der Finale sein wird. Ich habe nur gerade einfach mal Lust, den fertig zu machen. Oder an dem noch weiter zu arbeiten. Und der landet schlussendlich eh in irgendeiner Schublade, beziehungsweise online und dann in irgendeiner Schublade. Okay. 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 Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Okay. 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 Sehr cool. Dankeschön. Okay. 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 Ich bin bereit. Okay. 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 handed zäh, laserst 두번 fort. Vielen Dank. 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 Das ist nicht real. Das ist nicht das, das ist analoge Look ist ein ganz anderer... Das wäre total... ...und... ...und... ...ein anderes Medium abzulehnen. Ja, das ist... ...analog und... ...digital... 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 ...es ist... ...es fühlt sich... ...es... ...es... ... ...es... ... ...es... ... ...es... ... ...es... ...... ...... Ich wundere, wenn ich ab und zu ein bisschen gehe, ich wage gerade ein, bestimmt auch unter Gamer, ein extrem fragwürdiges Experiment. Ich versuche ohne Energydrinks klar zu kommen. Klingt merkwürdig für den einen oder anderen von euch, ich weiß aber. Ich habe ernährungs- und gesundheitstechnisch festgestellt, dass das vielleicht doch nicht ganz so kacke ist von der Idee her. Ich weiß nicht, ob es jetzt der klügste Plan war, so mitten vor der Gamescom zu sagen, ich höre damit mal auf. Aber... Soll ich mal... Das Ganze so ein bisschen mehr in die Kamera halten. Soll ich doch nicht mehr in die Kamera halten. Könnt ihr natürlich? Könnt ihr natürlich? Das ist für eine Option. Ja. Ich denke übrigens, wenn ich analog zeichne, gerne mal laut nach. Ich habe was von verrückt gelesen. Mir wurde nur gerade gesagt, dass es Irrsinn sei, zu versuchen, ohne Energy Rings zu leben. Doom findet die Idee nicht gut, sozusagen. Ja. optimistisch sein Vielen Dank. Das ist nur so, Alamira. Das ist, um mal wieder analog zu zeichnen. Ich habe halt... Ich habe noch einen analogen Auftrag von der Comic-Con in Stuttgart liegen. Die Dame hat mir halt ein sehr großzügiges Zeitfenster gegeben, diesen Iron Man irgendwann fertig zu machen. Den habe ich da angefangen. Und an dem muss ich weiterarbeiten. Ich habe aber in letzter Zeit zu viel digital gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal irgendwas Analoges, um A, einfach mal was anderes im Stream zu machen. Und um B, wieder ein bisschen Gefühl für analoges Arbeiten zu kriegen. Ich muss tatsächlich sagen, es ist ganz gut, dass ich das mache, weil, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht sieht, für mich laufen gerade so ein paar Dinge noch irgendwie holprig. Ich habe mich während der Entscheidungsfindung zu sehr von dem gefühlten Look, den ich für das Arbeiten im Kopf hatte, entfernt. Das ist was, was mir normalerweise nicht passiert. Und das darf mir halt auch nicht passieren. Gerade bei Auftragsarbeiten brauche ich eine gewisse Sicherheit, damit das später überzeugend aussieht. Danke, freut mich, dass es dir gefällt. Also was haben, Nur mal als Tipp, ich mache sowas gegen Geld. Ist nicht ganz billig, das gebe ich zu. Aber dafür gibt es handgefertigte Unikate. Könnt ihr euch dann als Wertanlage weglegen. Die unterschreibe ich für den, der es möchte, auch gerne. Ja, nach mehrerer tue ich. Das sieht man so ein bisschen noch. Nein. Jetzt kann man das so ein bisschen sehen. Sieht man das so ein bisschen, diesen leicht blauen Schatten, das ist, glaube ich, ganz schwer zu sehen. Hinter der Zeichnung. Das mache ich mit diesen Stiften. Das sind Prismacolor-Pants von, also Coolerace-Pants von Prismacolor. Und, ja. Die sind nachher nicht mehr so stark zu sehen. Fallen hinter dem Bleistift nicht mehr so auf und können auch von Kopierern zum Beispiel nicht gesehen werden. Kriegst du wieder nicht vernünftig in Deutschland? Muss ich beim großen A im Zwölferpack oder so'n Scheiß mir über den Teich fliegen lassen? Aber, pass auf. Also. So. 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 Ja, also dieses einfach so drauf loszeichnen, das mache ich vielleicht digital ab und zu, weil ich da halt STRG Z habe, aber im analogen Bereich bin ich schon ein Freund davon, so ein gewisses Gerüst zu haben. Angry with the Universe, ich grüße dich, moin moin mein Bester, herzlich willkommen. Ich wünsche dir einen entspannten Abend und hoffe dir geht es gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Äh, nö. Ich habe morgen Urlaub. Oh, Feiertag. Das ist für uns, äh, eher ein Problem als ein Feiertag, weil das Pack im Süden nicht arbeiten will. Müssen wir teilweise Kunden wegen Bestellungen vertrösten. Und uns annüllen lassen. Und das auch nur, weil alles südlich der Elbe irgendwie die Arbeitsmoral von einem gelangweilten Mexikaner hat. Wie viele Volksgruppen habe ich gerade in einem Satz beleidigt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dies war natürlich humoristisch gemeint für alle, die den Stream im Nachhinein sehen. Sollte der ein oder andere nicht geneigt sein, das zu glauben und davon ausgehen, ich sei ein Arsch. Äh, so mag er dem auch dem folgen. Ist okay. Ich halte mich da so eher an die Leute, die es dann besser wissen. Ich habe heute mal wieder ein anderes Mundwerk. Das wird spannend in Köln. Das wird spannend in Köln. Das wird spannend in Köln. Ursprünglich war das ja von der Idee her eher so eine Art Kampfanzug oder Cyborg. Doom. Der war gut, Doom. Den finde ich, der war gut. Das ist ja ursprünglich, um den Satz mal zu beenden, Kampfanzug war, hatte ich hier eigentlich mit der Idee gespielt, so eine Art mehrere Augen da aufzubringen, wie so eine Art Spinnenaugen. Also habe ich jetzt über diese Kuppel hier, wo ein kleiner so ein Korpus drin sein wird. Eine Art Platte. Ich weiß noch nicht, wie ich das... In einer der ursprünglichen Designs war das Ganze sogar noch spinnartiger geplant. Da wollte ich noch Elemente einbauen, die quasi wie Mandibeln unter dem Kiefer hängen, aber das ist irgendwann verloren gegangen. Oder in einer der ursprünglichen Überlegungen, die habe ich ja nicht mal zu Papier gebracht, die Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind damals ein Fleck auf dem Mordwork. So willst du auch noch? Vielen Dank. Das war's. Das war's. Das finale Artwork wird das nicht, da sind so ein paar Sachen bei. Die würde ich so nicht kaufen vom Konzept her, aber na gut. Das war's. 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 Nichtsdestotrotz. So, nach der GC gibt es übrigens den nächsten Versuch, wieder eine Kerze in diesen Haushalt zu tun. Keine Idee für ein Logoobjekt, für ein Zombie, also etwas, das auf einer Karte als Erkennungslogo nutzen kann. Ich stecke gerade auf Karten, du meinst auf dem Hintergrund. Ich würde irgendwie, meine erste Idee wäre ein Ring, wie so ein Wappen-Design, wie so ein Logo-Wappen-Design mit Beschriftung im Ring, aus so einem kleineren Hintergrund und dann irgendwie so ein einfach so ein stilisierter Zombie-Kopf, der so... Also richtig nüch guckt. Sowas in der Art, das wäre so mein erster Einfall dazu. Also, so wie Doom, ne? Bloß halt dann als, ne? Die sind dahinter, die sieht man also da vorne nicht. Die ist zu. Hier die Platte. Sieht man da vorne also auch nicht. Genau so. Das hier kommt dann... Nachher dieser Schulterpanzer rüber. Okay. Ein interessanter Look. Ich bin gespannt. Ein Zombie mit Brüsten. Das ist immer gut. Jetzt brauche ich doch mal ein bisschen technische Hilfe. Ja, was ist denn da? Das Problem mit den absoluten Kreisen. Es gibt ja Leute, die können wirklich... ...aufsetzen und Kreis ziehen. Ich gestehe hiermit öffentlich und gerne, ich kann das nicht. Diese Schablonen sind übrigens arschteuer von vernünftigen Herstellern, aber... ...das ist es wert. Glaub mir, das ist es wert. Auch wenn man die selten benutzt. Erkill ein Blende im extraen Kopf oder ein Gesicht, gerade wenn du unbegabt bist. Aus einem einfachen Grund, weil du dann... ...das wunderbare Problem hast, egal wie unbegabt du bist, das muss jetzt klappen. Ich habe schon so viele Sachen... ...zeichnerisch besser, als ich dachte, auf die Reihe gekriegt, weil ich... ...mich in Anführungsstrichen um Kopf und Kragen geredet habe... ...und einfach in meiner Großmäuligkeit gesagt habe... ...ja, kann nichts. Überhaupt kein Ding. Und dann saß ich nachher zu Hause und habe mir gedacht so... ...woah, sowas hast du noch nie gemacht. Wieso sagst du sowas? Ja, sowas geht natürlich auch dumm. Oder sind die Brust... Nein, nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, einfach... ...seriously just no. Das hier ist eine öffentliche Plattform, auch mein Verstand muss wissen, wann gut ist. Die N da, das ist... Ne, das Ende von den Dingen sieht man also nicht. Ich könnte natürlich... ...so ein bisschen abgewinkelt sind da. Das ist nur ein kleiner Effekt, aber man hat das Gefühl, dass die Symmetrie wiederhergestellt ist. Verdammt, Doom. Und ich dachte so... ...ja, ich denke mir noch so... ...sagst es... ...ne, komm, sag es mal nicht. Dafür habe ich einen Doom, der sagt es. Ihr denkt daran, Leute. Ganz wichtig. Pretty important thing for this stream, for everyone who is speaking English and not German. I mostly speak German because the majority of my community is from Germany and I am from Germany. So I always say that from time to time. If you're speaking English and watching this stream and interested or if you want to ask some questions or anything like that, let's say it like this. Just ask. I see that you're asking in English and I try to respond as accurate as possible. ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meine ist noch drin. Ich weiß noch gerade nicht, mit welchem Auslöser. Aber passt schon. Irgendwie hat er auf dem Befehl gerade keinen Bock, kann das sein? Ich weiß noch nicht, mit welchem Auslöser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. ...meine Information nach Doom. Würden da jegliche Versuche ins Leere gehen, weil soweit ich weiß, ist die Dame vergeben. Nicht an mich. Dementsprechend kannst du da tagen. Nicht, dass diese Frau das um Garm nicht wert wäre. Nein, nein, das muss man so nicht sagen, aber... ...da war ein anderer Herr wohl schneller. Bin ich damit jetzt happy? Oh, damit bin ich happy. Und damit bin ich happy. Das kann so bleiben. Die geht da lang, das heißt hier. Okay, dann brauchen wir noch so ein Paneel hin. Gut, das sieht man jetzt dahinter aber wirklich nicht. Jetzt kommt der arschblödige Teil. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mit dem Schulterpanzer mache. Wenn das bewegliche Elemente sind. Nein. Machen wir erst mal was anderes. Das soll ja durchsichtig sein. Und das solltet. Man wird es besetzen. Das solltet. Es, ich olur dascardsende. So, da muss natürlich gleich auch noch was reingezeichnet werden. Haha, Doom. Äh, ich wäre vorsichtig. Ich glaube, Veli, die kennt da eine Menge Leute. Die kommt aus der Gegend und aus der Branche. Die kennt bestimmt auch irgendeinen Hintereingang, wo sie reingelassen wird. Oh, 23 Leute. Cool. Freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an alle. Also überlege ich mir später, da will ich jetzt gerade mal keine Entscheidung treffen. Da kommt die Knarre, das heißt, der Schulterpanzer geht hier hoch. Das heißt, der Arm, der läuft. Das heißt, der Körper ist ein bisschen geneigt. So, das würde hier an den Winkel fast entsprechen, den der andere Arm hat, da der Körper leicht schräg steht. Also ein bisschen tiefer ansetzt, wenn es geht. Wie gesagt, Entschuldigung. Nee, für die Idee. Das ist, ähm, ich hab ursprünglich... Wo ist es denn? Da ist es... Ähm... ...an einem Projekt mal gearbeitet. Und das auch fertiggestellt für den, äh, Uhrwerkverlag. Und zwar von, äh, Penn & Pepper Rollenspiel. Da hab ich Designs gemacht und die wollten einen meiner ersten Entwürfe nicht. Und das war halt dieser Roboter mit diesen Tentakeln hinten dran, die so als Sensortentakel geplant hatte in der Art. Und, äh, ich find die Idee immer noch geil. Und hab die nie wirklich verworfen. Und hab mir dann überlegt, man könnte daraus eine Art, ja, Alien-Panzerung machen, weil ein Alien drin ist, was normal auf Tentakeln läuft. Und dann seine Extremitäten sich halt in diese kybernetischen Tentakel, die hinten aus dem Roboter raushängen, ziehen. Hm, ja, die wollten das so nicht. Wir haben gesagt, das ist zu Alienhaft und passt nicht zu dem, was die machen wollen. Hintereingang aus den Doom. Seriously? Und jetzt spiel ich halt so ein bisschen mit der Idee und guck, was dabei rauskommt. Ho, ha, ha, alter Doom. Die Frau lässt sich gerade alt aussehen, Digga. Die teilt hier ganz schön aus. Dass ihr bei eurem kleinen Wettschreit die Regeln des Chats weiter beachtet. Brauche ich, glaube ich, nicht, äh, erwähnen. Der geht ungefähr bis hier. Das heißt, hier sitzt dann jetzt so ungefähr... Welcher Kinderkopf hat sich eigentlich so einen super detaillierten Schulterpanzer ausgedacht? Ach, das war ja ich. Das Problem mit Symmetrie. Ihr müsst den Scheiß zweimal zeichnen. Beziehungsweise mehr oder weniger zweimal. Du müsstest dann ganz im Kopf noch einmal umdrehen. Again... Das war Zuba. Alright. Das war's. Vielen Dank. Ich bin der Rüppel hier, ich darf das. Nee, ist klar. Läuft bei ihr. Das heißt, wenn ich das jetzt hier runterziehe, dann geht der ungefähr bis hier. Ich muss ja jetzt Stück für Stück von hier, von diesem Schulterpanzerelement, das hier rüber übertragen, sinnvoll, weil der Schulterpanzer da ja designmäßig gleich aussehen wird. Was irgendwie nicht so krass einfach ist. Und darum, es drückt so ein Tick aufs Tempo, darum muss ich gerade mal so ein bisschen hier und da gucken. Okay. 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 So, und jetzt kommt das Spannende. Aber da ist jetzt noch ein Stück Knarre vor. Okay, und das heißt, wenn der hier ansetzt. Okay. Okay. Ja, das kommt ungefähr hin. Und darum, das ist das, was ich meine. Ich bin jetzt gerade nicht mit dem Design ganz zufrieden, weil es zu rund wirkt. Und das ist zu... Der Korpus hat zwar relativ viele Elemente mit der Armform und allem, das ist zu... Das hat mir zu viel von einer Kugel irgendwie nachher. Das wird nicht schlecht aussehen. Es ist aber in Relation zu dem... SB-Typ! Ich grüße dich! Moin, moin und herzlich willkommen! Es ist in Relation zu dem, was ich ursprünglich geplant habe. Hier seht ihr ja wirklich Block-Elemente, höhere Schultern, höhere Seitentorso-Elemente. Ich habe die Schultern jetzt hier recht hochgezogen durch die Laufpose und dadurch hat sich das sehr, sehr rund entwickelt. Es hat was Bulliges. Es sieht nicht unbedingt aus wie ein menschliches Design. Insofern erfüllt es schon relativ viele Elemente meines ursprünglichen Gedankengangs. Das ist vollkommen okay. Aber im Großen und Ganzen geht das nicht den Weg, den ich gehen wollte von der Idee her. Und darum ist das was, wo ich gesagt habe, das werde ich dann später einscannen und dann... Ich weiß nicht. Kriege ich das heute fertig? Die Chancen sind eigentlich relativ gut. Mal gucken, wenn ich das fertig kriege. Und einer von euch trifft mich auf der Gamescom. Kann es sein, dass ich es dabei habe. Und wenn er dann einen guten Grund hat, kann es sein, dass ich die Zeichnung verschenke. Vielleicht schleppe ich das mit mir rum und irgendwer, der mich davon überzeugen kann, kriegt es geschenkt. Normal würde ich für so eine reine Bleistiftzeichnung locker 150 Flocken nehmen. Ist ja noch nicht koloriert und gar nichts. Aber ich finde das mal ganz geil, so etwas zu verschenken. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, die Idee ist witzig. Da freut sich irgendwer. Ne, das wird sich nachher auflösen, wenn es fertig ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu verschenken. Ich glaube, das ist möglich. Ich gehe jetzt. Ich glaube, das ist mirffekt. 150 Taken für sowas ist schon echt ein Freundschaftspreis mal nebenbei gesagt dann nehmen andere mehr ein Freundschaftspreis Besser User Plan es bis Mittagnacht wir werden gleich eine kurze Pause machen und danach wird dann bis Mitternacht weiter gemacht vielleicht auch mal hier und da eine Viertelstunde länger das ist durchaus möglich aber ich bin bei dem Tempo was ich hier gerade vorlege recht guter Dinge dass ich noch ziemlich weit komme mit dem Teil wenn ich dann überlege dass ich noch eine Zugfahrt habe bis Köln glaube ich der wird in Köln fertig sein spätestens und darum kann ich so einen Satz sagen wie wenn einer von euch mehr auf der Gamescom über den Weg läuft bitte User überhaupt kein Ding bei SP grüß dich ne ist ja kein Ding wenn du Fragen hast selbst wenn ich die nicht im ersten Moment nicht mitschneide dann wird einer der Mods die beantworten also da brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen dafür sind wir ja auch da zum Fragen beantworten nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung bitte Das mit dem sauren Apfel ist ganz schön richtig, das stimmt allerdings Das, 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 das heißt, wir kommen jetzt langsam zur Waffe, ob wir wollen oder nicht Irgendwie, muss ich mal kurz was nachschauen Okay, alles gut Richtig Wogemerkt, das war auch ein Privatpersonenpreis, den ich da genannt habe Und wie gesagt, ein Freundschaftspreis Also, ich bin ganz ehrlich, Leute, die ich nicht irgendwie länger oder besser kenne, die zahlen mehr Die zahlen auch bei Zeitaufwand mehr Das ist ja jetzt so ein Artwork, was durchaus bei dem Tempo, was ich hier fertig gekriegt habe, ungefähr 50% von 2 Stunden Ähm In 4 bis 5 Stunden fertig kriegen kann Da nehmen andere Leute 250 bis 300 Euro für Das heißt, 100, 150 Euro Ja, 150 bis 200, das ist das, was ich normalerweise nähe Ähm Das ist schade, User Aber Tickets kriegen wir teilweise schwer Für eine reine Bleistiftzeichnung Jetzt Bleistiftzeichnung und Buffpoint steht, ne? Müssen wir sagen Sobald wir hier von kolorieren sprechen Sobald wir hier von Inken sprechen Sobald wir von Hintergrund und detaillierten Schattierungen und so sprechen Ich spreche von dem Preis für dieses Aufwandslevel und Punkt für eine Privatperson Alles, was darüber hinausgeht, kostet mehr So Und Firmen bezahlen eben mehr Weil die Geld mit dem verdienen, was ich mache Das heißt, jemand, der mit meiner Arbeit Geld verdient Sollen mich bitte im Voraus in dem Geld, was er verdient, beteiligen So, bei einer Privatperson sehe ich es immer so, dass ich jemanden vor mir habe, der Von seinem hart verdienen oder ersparten Geld bereit ist, einen Teil auf den Tisch zu legen Damit ich etwas für ihn tue Darum nehme ich von einer Privatperson einen anderen Preis als von einer Geschäftsperson Sagen wir es so Ist er denn derjenige, ist arschig zu mir? Dann bin ich gemein, dann soll ich die vollen Preise an Schöne ist, als Freelancer darf man das Das heißt, ich entscheide Von Fall zu Fall Wie viel ich demjenigen abknüpfe Oder wie viel ein Artwork wert ist Und sobald wir über mehr Aufwand sprechen, also 2-3 Charaktere, DIN-Hard 3, Schattierungen, was weiß ich, kolorieren etc. Das wird halt mehr Das muss man aber auch so machen, das ist nun mal einfach so Du kannst Als Freischaffender Künstler kannst du Du lebst ja auch nicht von Luft und Liebe Wäre cool, würde ich total super finden & Du kannst, dass du Du, mach ich Scheinheilige Sau, das ist ja Diesen Namen zu sagen ist immer so geil Scheinheilige Sau Der Drache, an dem ich Digital arbeite Ist ja für JerryTV, ist ja für den Viewer Also Wie Doom gerade sagt Um Und auch Tattoo-Motive, ich tätowiere zwar nicht selber, weil ich habe vor dieser Kunst den dergestalt höchsten Respekt, dass ich mich da einfach nicht rantraue. Aber Tattoo-Designs, um arme kleine Tätowiere mit Details in den Wahnsinn zu treiben, mache ich gerne. Ach du, User, vielen lieben Dank, es ehrt mich. Aber ich glaube, wenn du da ins Internet gehst, findest du da einige, die viel mehr Übung haben und auch... Ich will mal dich nicht unter den Schiffel stellen, ich bin jetzt mal so frei, ich stelle mich einfach hin und sage, ich weiß nicht, ich bin gut. Aber es gibt bessere. Andererseits ist es auch so, dass ich der Meinung bin, dieser Moment, wo man akzeptiert, es gibt jemanden, der ist in einer Sache besser als du, dann sagt dir das nur, du kannst noch was lernen. Das heißt nicht, du musst dich geschlagen geben und kannst einen Haken dran machen und weiter kommst du nicht. Ja, was der Speed-Typ sagt, absolut richtig. Was SB da sagt, ist absolut richtig, es ist viel, viel Übung. Ich habe mir gerade irgendwie überlegt, dass das Alien, was da drin steckt, so eine Art Pelzball ist, der auf Tentakeln läuft und ganz viele Augen hat. Ich weiß nicht warum. So eine Fellkugel mit so borstigen, so ein bisschen leicht glitschigen Fell, wo ganz, ganz viele Augen drin sind, die dann so rausgucken und so blinzeln, so glübsche Augen, der auf so einem Strang aus Tentakeln läuft. User ist es Übung. Es ist schlussendlich viel Übung. Das technische Handwerk ist nicht der Zaubertrick. Schwierig wird es, die Verbindung zwischen der Idee im Kopf und dem, was du aufs, und deinen technischen Fähigkeiten herzustellen. Das ist immer so der Teil, wo ich dann auch immer sitze. Manchmal wird es einfach nicht so, wie du es dir vorstellst. Languliers, meinst du, oder was? Aus diesem komischen Freakfilm. Genau. Splash, grüß dich, ne? Hey. Herzlich willkommen. Da, jetzt brauchen wir irgendeine abgefahrene Knarre. Was? Knarre oder Waffenarm? Knarre oder Waffenarm? Knarre oder Waffenarm? Knarre. Entscheidung ist Knarre, Entscheidung bleibt Knarre. Achso, es ist 22 Uhr. Alt, ganz alt. 22 Uhr heißt, dicke Strahlenwurmel, genau das habe ich auch gerade vor. Oder kurz nach 22 Uhr. Das heißt, wir machen mal ganz kurz Pause. So, 5, 6, 7 Minuten, um mal auf Klo zu gehen, sich was zu trinken zu holen, äh, sich neue Snacks, zu holen, etc. Und dann gehen wir hier gleich flüssig und entspannt weiter. I just said that I will put a short break into the stream for 5 to maximum 10 minutes, just for going to the bathroom, grabbing something to drink or grabbing new food or something like that. And I will be back in a couple of minutes and I will continue my work on this drawing and continue to answer questions and stuff like that. So, ähm, just stay tuned. Bleibt dran, Leute, es geht gleich weiter. Ich packe euch kurz in den Be Right Backscreen. Solltet ihr während, äh, meiner Abwesenheit, Fragen, Bedürfnisse und Nöte haben, irgendwas loswerden wollen, wird Ammonishtar sich um euch kümmern. Der weiß auf alles eine Antwort, auf absolut alles. merry-нул- undere ihnenhtar Willi- Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich glaube sieben Minuten reicht, oder acht Minuten reicht vollkommen aus, ich bin einfach mal wieder da, hi Leute, 26 Leute, geiler Shit, sehr cool, es freut mich echt, dass ihr da seid, just said I'm pretty happy that we're as far as the count as has 26 people right now and that's pretty cool, So, I just washed my hands and I give them a few minutes to get dry for when I touch the paper, that's My white hands is not that good, I lasse gerade meine Hände nochmal kurz ein Augenblick trocknen, ich habe mir gerade die Hände gewaschen, mit nassen Griffeln auf den, äh... Gibt es da eine Frage, die mit jonglierenden Drachen endet? Da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe sie noch nicht gestellt, aber es gibt bestimmt eine Angry, du brauchst was zum Zeichnen, ähm... Das Viech, was ich mir gerade überlegt habe Eine Kreatur, die hauptsächlich ein Kegel oder eine Kugel ist, äh... Basierend, ähm... Auf der Idee so klebriges, dunkles, leicht matschiges Fell mit ganz vielen so Spinnenglubschauungen, die auf Tentakeln läuft und zwischen den Tentakeln ist ein Maul. Nein, ich habe das nur erwähnt, weil ich, äh... Nicht sofort wieder zum Papier gegriffen habe, darum lasse ich meine Hände trocknen, das ist zwar die Erklärung dafür, dass ich das getan habe. Wo zum Henker ist mein Bleistift da? Jetzt habe ich nämlich früher immer hingekriegt, das war so eine super begeisternswerte Fähigkeit von mir, dass ich, äh... Die Hand aufs Papier gelegt habe und dadurch, dass sie noch leicht nass war, fing es an sich zu wellen. Das sind so typische Fehler, die man irgendwann nicht mehr macht. Oder nicht mehr machen sollte. Weil's man... weil man's weiß, aber... Als Anfänger ist es halt noch so, man... Aber das ist recht unbedarft, in vielen Dingen. Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Viele Aufträge sind halt einfach, weil ich analog mehr Zeichner bin und auch was das Kolorieren angeht, zum Beispiel nicht so gut bin wie digital, muss ich sagen. Digital habe ich das doch einigermaßen drauf, analog mit Markern, ich bin zufrieden. Ich musste mehr üben. Wogegen zeichnen habe ich sichere Übung. Das geht relativ locker von der Hand an doch. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wie lange zeichne ich schon? Also so einfach so vom Kritzeln zum Zeichnen halt, sag ich mal, mich damit beschäftigen, Farbe auf dem Papier zu schmeißen, tue ich seitdem wie einen Stift halten kann. Das heißt, wenn man so will, seit Kindestagen, mit anderen Worten, seit dem, seit, 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 weiß nicht, 25 Jahren, mehr. 27, 28 Jahren. Also wirklich einfach nur zeichnen. Bei jetzt natürlich dann so den kompletten Bogen umspannen. Bewusst daran arbeiten, meine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und... Wirklich auf stilistische Wiedererkennbarkeit hinarbeiten, etc. Mal mehr, mal weniger seit 15 Jahren. Ich denke, bummelig kann ich sagen, dass ich, als ich 20 geworden bin, mir überlegt habe, das dann doch mal irgendwie mit Sinn und Verstand zu machen und nicht einfach nur so. Und ich habe das aber viel dann schleifen lassen und habe vor ein paar Jahren den Entschluss gefasst, jetzt dann doch was draus zu machen. Darum muss man immer sagen, man kann, glaube ich, an den Punkt, an dem ich bin, in ein paar Jahren straight in Üben kommen. Ja, so ungefähr. So, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich denke schon, dass es so ist, dass man den Fähigkeitspunkt, den ich habe gerade unter der Bedingung, dass ich Autodidakt bin, was Zeichnen angeht, früher erreichen kann. Vor allen Dingen gerade mit modernen Methoden und modernen Medien. Ich weiß nicht, man muss ja nicht vergessen, als ich angefangen habe zu zeichnen. Wo ist denn das scheiß Radiergummi da? Als ich angefangen habe zu zeichnen und das ein bisschen machen wollte, war diese ganze digitale Medienwelt und Online-Kurse und bla bla noch längst nicht so verbreitet, wie es das heute ist. Gut üben ist schwierig. Gut üben hängt so ein bisschen davon ab, was du machen willst, mit welchem Medium du arbeiten willst, wo du stilistisch hin willst. Gut ist immer erst mal viel zeichnen. Illustrator habe ich nie gelernt, habe ich mir selbst beigebracht. Es ist egal, ob du malst oder zeichnest, digital oder analog, whatever. Üben, üben, üben hilft immer. Und was du üben kannst, sind entweder halt Sachen wie zum Beispiel Anatomie oder das Abzeichnen von dem, was du in deiner Umgebung siehst. Oder auch klare Formen, dadurch gibt es so Linienführung. Linienführung, einfach Quadrate zeichnen oder Würfel zeichnen und die schattieren. Sowas halt. Guck ein bisschen, dass du so ein, zwei Bücher vielleicht hast, die dir ein bisschen helfen. Guck dir YouTube-Videos von vielen Künstlern. Gibt es richtig gute YouTube-Videos mit Tipps und Tricks, die dann auch so einfache Basics erklären. Guck dir sowas an. Da findest du halt wirklich sehr, sehr viel. Was habe ich gelernt? Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Generell ist es halt wirklich einfach so, üb viel in dem Rhythmus, der für dich funktioniert. Und versuch auch, dich so ein bisschen vom Bauchgefühl leiten zu lassen und akzeptiere Kritik. So, das ist, damit habe ich mich lange schwer getan. Das ist eine reine Ego-Nummer. Akzeptiere Kritik. Wenn jemand, der was kann, es gibt zwei Arten von Kritik. Hm, das ist schwer, ja. Es gibt einmal die Leute, die ankommen und sagen, ja, sei scheiße, was du machst. Du musst das komplett anders machen. Du musst das so und so machen. Das ist keine Kritik. Das ist Arschlochgetue. Aber solche Leute, da höre ich dann auch ungefähr keine 30 Sekunden mehr zu, weil das ist Quatsch. Wenn jemand zu dir kommt, der offensichtlich fachkundig ist und wirklich weiß, wovon er redet und zu dir sagt, du, pass mal auf, das und das und das und das ist ja ganz gut. Aber versuch doch mal in deinem Stil und in deiner Art Folgendes ein bisschen anders zu machen. Du könntest es ja auch so und so und so machen. Überleg dir das mal. Vielleicht passt das für deine Arbeitsweise. Dem solltest du zuhören. Es gibt ein paar Künstler, ähm, wie zum Beispiel die Nadine Schäkel, das ist die Chefillustratorin von DSA, oder die Steffi Böhm, der Aljoscha, ähm, Liste ist lang. Also es gibt, ich kenne inzwischen ein paar wirklich, wirklich gute und fähige Künstler, muss ich sagen. Das ist auch wahnsinnig cool, diese Leute zu kennen. Oder Oliver Wetter. Der Olli ist auch ein super tiefenentspannter und einfach geiler Typ. Und die Leute sind halt wirklich absolut fachkundig. Und wenn die zu mir kommen und sagen, du, pass mal auf, arbeite doch mal an deiner Anatomie. Gut, Steffi Böhm darf mich auch anschreien, das ist was anderes. Nein, aber das tut sie natürlich nicht. Oder arbeite mal an deinen Hauttönen und mach mal dies und versuch mal hier und da. Dann werde ich einen Teufel tun, diese Tipps und diese Hinweise nicht aufzunehmen. Die sind Gold wert, weil die kommen von fachkundigen, absoluten Profikünstlern, die, ähm, damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wer da nicht zuhört, ist, ist, pff. Das ist eine gute Frage an Ammon. Bitte, bester User. Immer gern. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mit der Nummer hier angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte vielleicht dem einen oder anderen Künstler das geben, was mir immer gefehlt hat. Ich habe so oft Momente gehabt, wo ich gedacht habe, auch wenn mir das jetzt mal einer kurz erklären könnte und ich mir nicht irgendwie zehnmal ein Video angucken muss und schauen muss, ob ich das dann verstehe, wie der Typ das macht. Ähm, da wäre ich so froh gewesen. Und da kam dann irgendwann dieser Gedanke, Mensch, auf Twitch können die dich fragen und du kannst antworten. und da ist, ähm, da wäre ich so froh gewesen. Was ist er beschert? Jetzt ist er pupsig. Wenn es so wäre, hätte ich jetzt gesagt, seid froh, dass es noch kein Geruchs-Streaming gibt. Gott, dieser Scowntrack ist so gut. Ja. Ich musste meinen YouTube-Channel mal mehr pflegen. Der einzige Grund, warum ich das nicht mache, ich finde YouTube eigentlich total geil. Ich würde gerne viel mehr so auch einfach Tutorial-Videos und all so ein Kram machen. Ich hätte auch schon längst einen Patreon, weil, sorry, aber ich muss da ein bisschen Kohle für nehmen. Für einige Dinge dann, damit das hier irgendwie Sinn macht. Aber ich habe die Zeit nicht, die Videos zu bearbeiten und zu schneiden. So, man darf halt nicht vergessen, dass ich neben dem Quatsch hier noch einen regulären Vollzeit-Job habe. Korrektur, dass ich neben dem hier noch so einen quatschigen, regulären Vollzeit-Job habe. Den ich auch noch brauche. So, ist auch ein guter Job. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist halt, äh... Das hier ist persönliche Berufung. Das ist da... Da sind viel mehr Emotionen mit drin, so... Den Irrsinn, sich irgendwann mit sowas selbstständig zu machen, tust du dir nicht an, wenn du das, äh... Nicht von Herzen selber willst. So. Und... Aber ich kann halt hiervon absolut noch nicht leben. Ich hoffe, dass der Punkt irgendwann kommt. Dann kann ich mehr streamen und was weiß ich was. Aber bis jetzt, äh... Gehört der andere Job noch dazu. Wie zum Hänger bin ich auf diese Knarre gekommen? Kennt ihr das auch? Ihr zeichnet was, äh... Ich bin Kaufmann im Einzelhandel. Ich mache also... Ich mache im Grunde genommen das, was ich gelernt habe. Und möchte jetzt irgendwann an den Punkt kommen, dass ich davon leben kann, was ich mir selbst beigebracht habe. So. Aber... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass... Das, äh... Was ich als Händler gelernt habe, hat mir... Beim... Sag ich mal... Find- und Umsetzen des wirtschaftlichen Teils der Selbstständigkeit unheimlich geholfen. Das ist Wahnsinn. Also, das ist... Das Wissen ist... Ist im Nachhinein betrachtet natürlich auch Gold wert. Und ich möchte den... Die Tätigkeit an sich auch nicht müssen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt dort bis jetzt. Und lerne immer noch tolle Menschen kennen. Und habe unheimlich viel fürs Leben gelernt. Also, dieses ganz speziell wird... Ich warоны, die Arbeit zuerstieren. Ich weiß... Da inspirier's sind... Jus ролi sich voll hinzuhiggend... Diese 먹고, das ist mir schon ein. Ich habe mich hier in ein Ause. Vurde, ich mache mich gerne ein. Und ich habe mich alles ценier. Ich bingement nursejas. Aber heute... la Kunt meine Zeit... Widerung und Künstb Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich muss ganz ehrlich sagen, der Halo Soundtrack bleibt für mich, also der Halo 5 Soundtrack, einer der besten der letzten Jahre. Weil der einfach so in sich geschlossen-stimmig ist und so eine einfach geile atmosphärische Kurve hat. Das ist Wahnsinn. 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 звäßtального Ein guter Plan ist, den Schlüssel erstmal kräftig fallen zu lassen, bevor man ihn ins Schloss steckt. Ja, bis ciao. Das ist das, was ich meine. Wenn ich analog arbeite, bin ich immer so ein bisschen... Mein Hirn ist halt zu einem absoluten Großteil... Da. Drei Minuten verzögert? Okay. Och gut, danke. Alles cool. J Pigeon. Moin. Hi. Ich grüße dich. Ach, mir geht's gut. Ich hab ein bisschen Magen. Ich hoffe, das gibt's nicht wieder. Och nee, jetzt eigentlich geht's mir gut. Geht's mir gut? Ja, doch. Ich kniegel hier grad so ein bisschen bescheuert um die Knarre rum. Habe ich jetzt dann doch im Nachhinein... Ich hab das Gefühl, dass ich das mit diesen... ...Energieleitern hier, oder? Magnetleitern hier hätte anders regeln können. Ich hab mich so ein bisschen... Meine Idee war... Hey. I'm hyped. Das hätte ich irgendwie anders regeln können. Ich bin grad nicht ganz happy damit. Und... Jetzt... Bane! Mahalo, Leon. Leon, ich grüße dich. Bane, vielen Dank für den Host. Herzlich willkommen. Das muss noch jemand erschrecken. Nee, lass mal. Pigeon, hey. Thank you. Basically, that's the plan. But right now, I'm not 100% happy with the result. I was thinking about some railgun-type weapon. But when you see the typical designs of railguns, they have those little fangs or something like that in a row on both sides where the energy is jumping between when you fire a projectile. and I wanted to change the whole design within these modules here. And I'm not completely happy with the result of the idea, but this is pretty much at the point where I can't change it anymore. so I have to think about if I can find a way to live with the outcome of what I've done there. So, it's a bit tricky to accept those things sometimes, but I'm glad that you like it. Yeah, that's always so stupid to explain. Leon, I have already done artworks where people were supposed to go and said, super, I have also already done things and said, no, I have to do this new work. Where people have money for me, because I... in my... Leon, thank you for the follow. So, sehr cool, dass du dranbleiben willst. Herzlich willkommen in der Community. Weil ich für mein Empfinden das nicht kaufen konnte so. Pigeon, thank you for the follow and welcome to the community. Das ist so ein Künstler-Ding. Künstler sind im Grunde genommen alle irgendwie bescheuert. Und ich darf doch sagen, ich bin einer. Bane! Bis Samstag? Stimmt. Ich sehe ja Bane. Ich glaube, ich gehe da doch nicht hin, wenn Bane kommt, nee. Nein, cool. Wir machen Samstag mal und machen ein Community-Treffen in Köln mit ein paar Leuten. Unter anderem auch von der Community von Caneplay. Und da sehe ich endlich mal ein paar Leute. Bane ist ja nun zum Beispiel hier der Ibanes XLI da unten. Der Kollege ist ja selber Streamer. Das heißt, wie der aussieht, weiß ich schon. Aber ich mag das auf diesen Treffen immer dann Gesichter zu den Namen zu kriegen. Das ist ganz cool. Ich glaube, so kann ich damit leben. Tipps of getting better in drawing. Es ist einfach train, 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 train. Wherever you are, just draw. Ich habe once bought this. It's a small package a bit bigger than A5 and there you have everything you basically need to draw. I have a basic set of pens, some drawing pencils, some black line pens. I have a I've drawn a face once. I have a set of paper in there and I take this everywhere. So when I leave the house I have this with me and whenever I have time like it's lunch time or I'm sitting in a train or something like that I draw. At least if I only draw some cubes and shake them or try to play with anatomy or stuff like that I always try to draw something. Sometimes when it's Monday morning and it's the train to work and I'm not in the mood then I don't draw and I drink my coffee and look out of the window but whenever I have any kind of energy left for at least drawing for 10 to 20 minutes I do that. So I'm drawing at least minimum of 30 minutes a day. better more and that's a fundamental basic train draw you can only get better in drawing when you draw so it doesn't matter what you draw just try to get closer to the way you want to stylize your art but draw but draw and you'll see on Facebook and Twitter and who there is can I see on Wacom live and see and yeah but normal stream I three times the week mick colo 02 colo 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 or mick mick grüß mick moin moin mick happy glücklich guter dinge so sonntag abend um 11 holy shit 30 leute und das new uhr zeit ihr seid echt geil das ist cool abgefahren und cool ich muss nebenbei mal ein bisschen zeichnen ich kann nicht ganz hin nur sammeln schlimm das ist so ein verkäufer ding ich bin halt echt eine lavabacke weil ich erstmal angefangen zu reden muss ich mich selber dazu zwingen wieder auf zu haben das schlimm ach alles gut ich hab urlaub ich stream ich fahr zur gamescom alles cool movieclub vielen lieben dank für den follow herzlich willkommen in der community und solltest du englisch sprechen movieclub thank you for the follow and welcome to the community das was doom da gerade gepostet hat ein cane viewer sehr cool herzlich willkommen die wolflinge sind immer willkommen ähm bist du auch auf ein community treffen in können weil dann ne hier sieht man sich und so ähm was wollte ich sagen das was der gute doom da gerade gepostet hat vielen dank dafür sind meine social media präsenzen das heißt wenn ihr mitkriegen wollt was ich so treibe auf gamescom etc pp dann splash dragon vielen lieben dank für den host sehr cool von hier dankeschön das ist eiskaffee ok der name ist geil sehr cool vielen dank für den follow und herzlich willkommen in der community so ich rede schon wieder so schnell das ist schlimm meg danke für den follow und herzlich willkommen in der community schön dass auch du dran bleiben willst ähm ja wie gesagt ich kann von der gamescom so wie es aussieht leider nicht streamen ich wüsste nämlich nicht dass wacom streaming geplant hat aber ich werde fotos machen ich werde kleine videos machen und ich werde das alles hochladen auch irgendwelche dusseligen bilder mit doom zusammen und all so ein quatsch und werde damit facebook und twitter bombardieren für die die halt selber nicht auf der gamescom sind damit die so ein bisschen mitkriegen was man da so sieht da auch noch ein kleiner tipp kann ich na denn als wenn ich mir das merken könnte ich bin froh dass ich zugehörigkeitsinfos hab zu den namen also ich werde was 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 das klingt sehr sehr gut vorbeikommen klingt immer gut vorbeikommen klingt immer gut ich kann bock da rum zu hängen und keiner kommt aber nicht wartet auf einen tip ja Jay, don't be surprised that I talk German most of the time. It's just because the majority of the community are from Germany and I'm from Germany, so I mostly talk German because of that. Amon wartet auf einen Tipp. Was bitte? Wo wäre... Du! Ich will ein bisschen Struktur darauf bringen, weil ich eigentlich möchte, dass die Waffe so einen organischen Look hat. So ein bisschen anders als der Korpus selber. Weil es ist durchaus möglich, dass gewisse technologische Elemente innerhalb einer Alien-Kultur... Sehr gut. Tipp? Okay, dann weiß ich tatsächlich nicht mehr, worum es ging. Dann ist die Information weg. Dann müsste mir noch mal einer helfen, was ich sagen wollte. Der Pen-and-Paper-Spieler... Hehe. Zeichnest du irgendjemandem bestimmtes... Nee, also jein. Ich habe mal Artworks, Concept-Art-Artworks für das Spiel Contact vom Urwerkverlag gemacht. Und die haben damals meine erste Version von einer fetten 4-armigen Panzerung mit so Tech-Tentakeln etc. Äh... Sorry, Amon. Ja, ist gerade viel los. Da geht sowas mal unter. Ähm... Ich habe halt dieses Design mal gemacht. Und die haben mal gesagt, nee, das möchten sie ein bisschen anders haben. Ist auch okay. Aber ich bin auf der Idee so ein bisschen hängen geblieben. Und habe mir dann überlegt, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man so einen Roboter-Korpus oder mechanischen Korpus hätte, wo halt quasi ein Alien drin steckt, was eigentlich auf Tentakeln läuft. Und in den Tentakeln des Roboter sind die Tentakel des Aliens drin. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und da ich heute was Analoges zeichnen wollte, habe ich gedacht, die Idee liegt schon so lange in meinem Kopf rum. Können wir was draus machen. Also das ist eigentlich mit einer begrenzten bis gar keinen Zielsetzung. Das ist nur so... Mal machen. For the show, you know. So, jetzt kommt die Hand. Und falls einer von euch denken mag, ich habe dem Viech nur drei Finger gegeben, einfach aus dem Grund. Ich habe schon drei Artworks für Shadowrun gemacht. Das ist richtig. Für den Urwerkverlag habe ich Contact gemacht, was echt... Ganz schön Arbeit war, aber echt Spaß gemacht hat. Und für den Shadowrun Verlag habe ich drei Illustrationen für ein kommendes Buch gemacht. Ich stelle mir die so ein bisschen wie so eine BFG-Führung. Bitte, freut mich, dass sie dir gefällt. Da so ein riesiger, grüner, blitzender Energieball rausgeschossen kommt. Er war zufrieden. Also, sein letztes Statement, Survival. Leo Sulzer? Sulzer? 3, 3, 1. Leo! Äh. Zweiter Leo. Sulzer? Grüß dich, moin moin, herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du dranbleiben willst, finde ich cool. Nein, was ich sagen wollte, habe ich dem nur drei Finger gegeben, weil ich Händezeichen scheiße finde und das irgendwie eindämmen wollte und jetzt das Alien als Rechtfertigung verwendet, der weniger Finger hat. Ja! Also, der war zufrieden. Man muss ja auch ganz klar sagen, ich habe damals ein sehr, sehr ehrliches Gespräch, was ich unheimlich zu schätzen gewusst habe und auch bis heute noch weiß, mit dem guten Mann geführt. Und habe ihm halt auch klipp und klar gesagt, pass mal auf, du kriegst jetzt als Beispielwert äh, Emil Test, äh, kriegst du nicht für 50 Euro 500 Euro Arbeit. So. Und er hat, sicherlich, weil Chadron ist Bonusarbeit bekommen, Mr. Zimmerhocker. Geiler Name. Moin, moin, grüß dich und herzlich willkommen in der Community. Ähm. Kingsner, grüß dich, moin, moin, herzlich willkommen. Das ist ganz schön voll, die Hütte hier, was ist hier los? Geil. Äh. Ähm. Was wird mit dem Getroffenen passiert, wenn dann getroffen wird? Ähm. Ich würde sagen, so ein Effekt, so von der Art her, dass der wirklich so, so, auseinandergefetzt wird, so richtig. Dass die Partikel sich richtig auflösen. Hey. Hi. Ähm. Kingsner, habe ich dir schon Hallo gesagt? Ja, wenn ja nicht, Hallo. So. Ähm. Nein, auf jeden Fall. Kingsner, vielen lieben Dank für den Follow. Schön, dass du dranbleiben willst und herzlich willkommen in der Community. Ähm. Was wollte ich sagen? Shadowrun. Also. Da ist es schlicht und ergreifend so, dass ich ja gesagt habe, ich mache gute Arbeit. Im Rahmen dessen, was gezahlt wird. Und ich habe ordentliche Arbeit abgeliefert und ich bin selber zufrieden und stehe dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht das absolute Top-Level meiner Möglichkeiten gewesen. So ehrlich bin ich. Äh. Aber. Aber. Ich habe gute, ehrliche, anständige Arbeit abgeliefert. Und ich habe mehr Zeit und Energie da reingesteckt, als andere es für den Deal machen würden. Weil, gerade weil ich Shadowrun als System mag. Weil es einfach eine geile Welt ist. Und weil ich es seit. Dem ich so 16, 17 bin, spiele. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr. Lasst den Mann noch weiter reden. Werd' ab, nur mal. Okay. Rain. Alles gut. Die Leute sind hier, um mir Fragen zu stellen oder um einfach nur Hallo zu sagen. Ich finde es A. Einfach nett, Hallo zu sagen. Äh. Äh. Bis an, Only. Bin ich in der Stunde noch da? Ja, ich bin in der Stunde noch da. Alles cool. So. Ähm. Ich finde es sehr cool, dass die Leute das mit aufnehmen. Dass hier im Stream in den meisten Fällen erstmal einfach Hallo gesagt wird, wenn man reinkommt. Und dann sich entscheiden, ob sie weiter schnacken wollen oder einfach nur locken wollen. Das gehört dazu. Das ist, äh. Radigummi. Hm. 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 Amon? Ich hab die Frage beantwortet, Amon. Wenn du darauf das Hallo beziehst. Amon hört mir nie zu. Mendo. Spapur, grüß dich. Hey. Sobald's da zuhört. Blöder Kruppenzwang. Ähm. Ja. Mindestens bis Mitternacht. Bis Mitternacht und ab da dann so lange, wie ich noch Bock hab. Aber ich stream im Durchschnitt, eigentlich kann man sagen, ist so vier Stunden meine gängige Zeit. Normalerweise stream ich mindestens dreimal die Woche von 20 bis 24 Uhr. Das ist so das, was halt geht. Wenn ich könnte, wenn ich könnte, würde ich mehr machen. Wenn man viel redet, dann hat man irgendwann in die Zunge keinen Bock mehr. Ähm. Aber. Das ist auch ein Pensum, was gut zu schaffen ist. Amon, ich find die Aktion grad so geil. Lass immer noch mal ausreden, Herr Kopp. Amon ist eigentlich sonst immer... Äh. Amon sag ich schon. Ren. Nicht Amon. Ren. Ren ist doch eigentlich sonst immer so ein ruhiger. Er war immer ganz ruhig und nett, haben sie gesagt. Und dann... Oh. Und natürlich hoffe ich auch, dass allen, also alle neu dazugekommenen, alle Zuschauer bis jetzt ein angenehmes und geiles Wochenende hatten. Und ich hoffe, ihr hattet auch bis jetzt einen entspannten Abend und fühlt euch hier so herzlich willkommen, wie ihr seid. Habe ich eigentlich schon laut mit dem Gedanken gespielt, äh, wenn ich von der Gamescom wieder dabei bin, endlich mal meinen 12-Stunden-Stream zu machen? Wenn nicht, habe ich es gerade getan, oder? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier diese Strukturen, die ich hier benutzt habe, halt auch wieder da rüberziehe. Damit habe ich mich detailmäßig auch gerade so ein bisschen an der Knarre festgefressen. Ich gniedel an dem Ding rum wie ein Blöder. Dafür ist mir die Hand gut gelungen, aber da bin ich eigentlich ganz happy. Ich glaube, die sind ein Tick größer als die andere, aber pff, was sonst. Hm. Stressiger Tag? Mann, du hattest Sonntag. Tag des Herrn und der Scheiß. Da sollst du keinen Stress haben. Ohne jetzt dem Tag des Herrn in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen. Oder dem Herrn. Oder beiden. Ne? Äh, ihr wisst schon. Und es freut mich, wenn du hier entspannen kannst. Das ist doch gut. Eine positive und entspannte Atmosphäre. Ne? Das ist ja das. Was wir hier hier wollen. Es klingt wie so ein Werbespot für so ein Spa, für so ein Entspannungsding. Kommen Sie zu uns. Eine positive und entspannte Atmosphäre. Das ist das, was wir Ihnen bieten wollen. Kommen Sie zu uns, um sich innerlich und menschlich zu befreien. Lassen Sie los. Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich. Kommen Sie zu uns. Hier finden Sie eine Oase des Friedens und der Ruhe. Bei uns. Ich finde diese Werbespotse immer so geil. So bescheuert und so geil zugleich. Du machst eine Höhle. Jemand, der Splash Dragon heißt und gern Drachen malt, malt eine Höhle. Ich bin nicht überrascht. Das ist ein 0-3er. Das ist ein Pen... Bleibst du liegen. Das ist ein Pentel Grafgear... Kann man das sehen? Das kann man jetzt bei der Lichtreflexion wahrscheinlich nicht so gut sehen. Das ist ein Pentel Grafgear 1000. Vollmetall-Druckbleibstift mag ich sehr, sehr gerne. Liegt ein bisschen schwerer in der Hand, ist angenehmer. Hat so ein Mechanismus, dass die Spitze da drin verschwindet. Und das ist ein 0,3 mm Pen. Ich arbeite eigentlich im Durchschnitt zwischen 0,3 und 0,7 und dann noch mit verschiedenen Härtegraden. Zum Beispiel für die Outlines nachher, die noch ein bisschen hervorgehoben werden sollen, werde ich diesen schönen alten Faber Castell 8B Bleistift verwenden, weil das ein bisschen schwärzer, ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr Material auf dem Papier hinterlässt. Und dadurch halt auch ein bisschen kräftigere Linien zeigt. Ich habe es hier an der Seite schon mal ein bisschen getestet. Mit diesem Prinzip, also mit dieser Line-Weight-Geschichte kann man halt bestimmte Elemente hervorheben. Weil du mit der Linienstärke und mit der Linienfarbe einen Betrachter durchs Bild führen kannst. Das ist echt so. Das Einzige für das Schlimmere Laberbacken als für Einzelhändler sind die gegen Autoverkäufer. Ach du Scheiße. Das Ding hast du auch gefeiert, ne? Was denn? Manchmal ist eine gute Geschichte hilfreich, um ein Artwork zu erklären. Jetzt so langsam finde ich die Knarre doch wieder gut. Das ist auch so ein Phänomen, das kann recht schnell passieren. Finde ich. Man kommt an einen Punkt bei einem Artwork, wo man sagt, ach eigentlich irgendwie ist das so. Oh ne. Ist nicht so. Das ist nicht das geworden, was ich mir vor... Blöde Miene. Arschbirne. Ist nicht so das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Und irgendwie, ach ich mache es jetzt fertig. Und dann arbeitest du ein bisschen da dran. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, ach, doch nicht so schlecht. Ne, Immobilienmangel hatte ich noch nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Es freut mich, dass ich mit deinem Hirn spielen konnte. Ich bin mal gespannt, ob da tatsächlich einer dran denkt, auf der Gamescom. Ich habe ja eben schon gesagt, ich werde das Ding wahrscheinlich im Rucksack einstecken haben. Und wenn mich einer davon überzeugt, verschenke ich das auf der Gamescom. Bevor das doof rumsteht bei mir. Ich will nur einen guten Grund von demjenigen hören, warum ich gerade ihm das geben soll. Aber sonst könnte ich es ja dem erstbesten... Wobei das auch geil wäre. Erster Tag Gamescom macht auf. Der erste Typ, der an mir vorbeikommt. Ey, hier, für dich. Schönen guten Tag, völlige Verwirrung. Aber da möchte ich dann doch lieber, ohne die lieben Besucher der Gamescom zu schmälern. Ey, Doom! Diese Bedingung stammt nicht von mir. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich... Dass attraktive junge Frauen mehr Chancen haben, mich von irgendwas zu überzeugen, aber... Doch, eigentlich schon. Das war voll macho-mäßig und sexistisch. TK ist total schlimm. Nein. Ich finde es ganz witzig. Vielleicht ist einer da. Vielleicht denkt derjenige auch noch dran. Und ich hoffe, ich kann damit vielleicht jemandem eine Freude machen. Wenn nicht, mal gucken. Dann weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Irgendwas wird mir dann auch schon damit einfallen. Doch, so langsam ist die Knarre cool. Das so... Leicht gedreht... ...kommt... ...hin. Das Ding geht dann... ...da... ...runter. Dann passt das so langsam. Dann passt das so langsam. Das finde ich ja gut. Das ist doch mal geil. Das ist doch cy Yahoo. ... ... ... Mods sind so ein bisschen wie Modder, wie Mitarbeiter, die irgendwie schon 10 Jahre in der Firma sind. Emil, BB steht wahrscheinlich für Bye-Bye, das bedeutet, du verabschiedest dich aus dem Stream. Schade, dass du schon gehst, aber schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Komm gut nach Hause, geh nicht mit fremden Männern mit und hab Spaß bei was auch immer du jetzt noch tust. Ei. So viel wie ich in so einem Stream trinke, sollte ich mir als Sponsor irgendwie einen Getränkehersteller besorgen. Splash Dragon Doom stalkt in meinem Auftrag die gesamte Community. Dieser Stream ist ein verdammter Überwachungsstaat. Jetzt habt ihr es rausgefunden, so ein Mist. Oh, Das war's für heute. Ich möchte mal so einen Schritt zurücktreten und mal gucken. Ganz hilfreich. Um eventuelle Denkfehler zu finden, wie den hier. Passt nämlich vom Winkel her nicht. So macht's mehr Sinn. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt einen Hersteller, der hat ein geiles Feature an seinen Druckbleistiften Ich meine, es ist Kuro Toga, die haben einen Druckbleistift Der jedes Mal beim Aufsetzen, durch den Druck des Aufsetzen, um einen Achkel Die Mine dreht, um eine gleichmäßige Abnutzung zu erschaffen Zimmerhockey, auch schön, dass du warst, ich wünsche dir eine angenehme Nacht Komm auch du gut nach Hause, geh auch du nicht mit fremden Männern mit Und hab Spaß bei, was auch immer du jetzt noch treibst Komm morgen gut in die Woche, hab einen entspannten Montag und bis zum nächsten Mal Wie gesagt, morgen Abend wird gezockt Ich hab's getestet, Overwatch sieht gestreamt bei mir leider nicht ganz so schön aus Aber es macht Spaß und es wird mit den Mods gelabert Ein bisschen Pre-Gamescom-Game-Stream Vielleicht habt ihr ja Bock reinzuschauen Ab 18 Uhr Lustiges Gequatsche Und ihr werdet euch anhören können, wie ich wehmütig an alte Counter-Strike-Zeiten zurückdenke Weil ich bei Overwatch nicht so gut bin, wie ich mal war War ich jemals gut? Hm Ich schasen. Ich schasen. Ich schase, gerne mal schauen Ich schase, Ju immer schlimme Gibt es eine Story zu dem Alien? Im Moment eigentlich nicht so richtig. Im Moment gibt es halt nur diese Überlegung, wie das Fisch aussehen könnte. Eine wirkliche Geschichte zu dem Alien gibt es nicht. Es ist auch nur eine der Varianten, die mit dem Design dieses Roboters spielt. Du, dann. Gerne. Dass die Leute bleiben, ist mehr mein Ziel, als dass die Leute gehen. Diese ganze Idee ist eigentlich daraus entstanden, also hier irgendwann, und ich weiß nicht mehr warum, dieses Viech vor Augen hatte, vor ewigen Zeiten, auch bei einem Geoblood, grüß dich, moin moin und herzlich willkommen. Also so in der Art, so ein Roboter mit diesen anthropomorphen Beinen und vier Armen und Tentakeln irgendwie diese Idee im Kopf hatte. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Ich schleppe diese Idee schon seit Jahren mit mir rum. Bugs Benny! Grüß dich, moin moin. Auch dir einen entspannenden Abend. Aber ich will mit dieser Idee jetzt langsam mal irgendwo hin, sozusagen. Muss ich mal ein bisschen hier rüberschieben. Ich zeichne es uns so viel in diesem blinden Fleck der Kamera. Und ich muss mal... Kleinigkeit, wenn ihr mit der Hand auf dem Artwork seid nachher, legt euch einen Zettel da drunter. Möglichst weiches Papier, nichts, was zu rau oder zu hart ist, damit ihr mit der Hand nicht den Bleistift, der schon auf dem Papier ist, verwischt. Ist ein bisschen doofer, dann das alles zu drehen, wenn man so wie ich diese Anwendung hat, äh, Anwendung hat das... äh, Cane's Gap. Damit legt man zwar jetzt so ein bisschen einen Teil des Artworks zu. Das ist fürs Streamen vielleicht nicht so super praktisch. Aber, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Artwork zermatscht wird, ist besser. Doom weiß nicht mal alles über sich. Keine Sorge. Nein, das sieht herzlich angenehmerweise nicht nach menschlicher Technik aus. Und so soll es auch sein. Hm. Das Armelement geht ungefähr... zieht sich so ein bisschen hoch und geht ungefähr bis hier. Ja. Das Arme. see Das Arme Amen. 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 Bis gleich, Splash. Amen. Ne, frei raus. Das ist eine alte, oder eine Variante von einem alten Roboter-Design. Also, das ist alles von mir. Ich habe hier noch einen alten groben Ausdruck, den ich irgendwann mal so ein bisschen mit grauen Schatten hinterlegt habe, weil ich den mit Markern kolorieren wollte. Da habe ich nie fertig gemacht. Aber ich habe diese Idee halt irgendwie noch im Kopf. Die geht nicht weg, und ich will da irgendwas draus machen. Und jetzt versuche ich damit mal so in verschiedene Richtungen zu gehen. Wo habe ich den Bleistift dann getan? Da. Trottnig, Himmel. Ich hoffe, du fandest die Sachen interessant. In der Mehrzahl sind das ja gespeicherte Streams. Wie gesagt, ich würde gerne ich weiß gar nicht wohin mit dem Bleistift. Ähm, ich würde gerne mehr YouTube-Videos machen. Nur mir fehlt einfach die Zeit, mich hinzusetzen und die Dinge zu schneiden und zu editieren. Puh. Das ist einfach nicht da. Und bevor ich da irgendwelche Halbgarn-Sachen veröffentliche, benutze ich das Ding im Grunde genommen als zweites Stream-Backup, wenn man so will. Wobei sollte ich irgendwann mal... Es freut mich übrigens, dass du abonniert hast. Vielen Dank dafür. Das wollen wir hier mal nicht unterschlagen. Ähm. Sollte ich irgendwann mehr Zeit haben, kommen da auch entsprechend Tutorials oder... ähm... Produkt-Reviews drin. Vorher, ich wollte eigentlich ursprünglich auch für mein neues Grafiktablett ein Unboxing machen. Das mache ich vielleicht, wenn alles klappt, irgendwann nochmal nachträglich. Das, was ich hier jetzt gerade mache, ist, ähm, mit einem anderen Stift einige Linien hervorheben. Danke, Doom. Das verändert ein bisschen den Weg, den das Auge auf dem Artwork nimmt. Und verändert somit auch ein bisschen die Art und Weise, wie einzelne Elemente dann nachher beim Betrachter Eindruck hinterlassen. Oder wahrgenommen werden. Und... dieses sogenannte Line Weight hilft dem Betrachter, äh... Elemente gerade bei sehr detaillierten Zeichnungen zu separieren. Eslam! Vielen lieben Dank für den Follow. Moin Moin und herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du dranbleiben wirst. Üben, 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 üben. Du wirst den Satz von mir ganz, ganz häufig hören. Ich wiederhole ihn immer wieder. Jedes Mal, wenn diese Aussage kommt, üben. Besorg dir Zeichenmaterial, was du mitnehmen kannst. Zeichne unterwegs. Zeichne, wenn dir nichts einfällt, im Zug oder Bus das, was du siehst. Zeichne in der Mittagspause. Schattier von mir aus irgendwelche Quadrate oder mach sonst irgendwas. Aber üben, 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 üben. Und versuch immer objektiv dir anzuschauen, was mache ich gerade. Was will ich vielleicht ändern? Mit was bin ich nicht zufrieden bei meinen Zeichnungen? Du sollst ja nicht deinen Stil so entwickeln, dass er der breiten Masse am besten gefällt. Sondern das, was du machen sollst und was das Wichtige ist, ist deine zeichnerische Fähigkeit in die Richtung entwickeln, in die du willst. Ich zum Beispiel übe nicht mit dem Gedanken, wenn ich das jetzt so mache, dann gefällt es den Leuten. Sondern ich arbeite immer darauf hin, dass ich mit dem, was ich mache oder mit den zeichnerischen Elementen, die ich mir aneigne, aus Tutorials und von anderen Künstlern, ich meinen Zeichenstil in die Richtung entwickle, in die ich ihn haben will. Habe ich Eslam in der Community willkommen geheißen? Ich glaube ja, wenn nicht, herzlich willkommen in der Community. Aber doch, ich glaube schon. Freut mich, dass du dranbleiben willst. Finde ich cool. Gell, freut es mich, dass Sonntagabend um die Uhrzeit so viele Leute hier sind. Schon sehr geil. Ich mag meine Sonntagabend-Streams. Und meine Community. Die ist klasse. Manchmal, weil ich so oft, oder ich höre das ja relativ häufig, dass die Leute sagen, Mensch, das wäre klasse, wenn du Tutorials machst. Ich bin manchmal... Ich hatte schon diese Idee, mit so einer Art Zeichenkurs durchs Land zu tun. Äh... Danke, Zermorker. Cool. Ich hole mein Kram eigentlich größtenteils online. Ähm... Ich will jetzt keine Werbung fürs große A machen, aber wenn ich das sage, weiß, glaube ich, jeder, wer gemeint ist. Nicht, weil ich die so super finde, sondern weil die einfach, äh... in gewisser Hinsicht praktisch sind, sag ich mal so. Die bieten halt gewisse Dinge an, äh... Doom bezogen auf den Whisper? Ja, habe ich auch schon gedacht. Ähm... Weil die mir einfach die Möglichkeit anbieten, international zu kaufen, so. Bestes Beispiel... Das ist aus Japan. Das ist aus den USA. Das glaube ich auch aus den USA. Ähm... Das ist der Haarentferntpinsel aus meinem Haarschneideset, was ich mal gekauft habe. Das ist tatsächlich aus Deutschland. Ähm... Die Stifte, die ich hier drin habe, ich habe, äh... Arbeite fürs Inking mit, äh... Pigma Micron Pens, die sind, glaube ich, auch... Die sind auch aus Japan. Ein Großteil von dem Stuff kommt halt aus Japan, aus den USA, und... Da brauchst du halt ein... weit verzweigtes Netz an Online-Händlern. Und da gibt's ja, sag ich mal jetzt, in Anführungsstrichen, leider nur eine Instanz, die mir das Ganze mit einem akkuraten Preis bieten kann. So, weil... Geschenk gibt's den Schritt nicht. Und du musst halt immer... Bedenken, das ist jetzt das Material, mit dem ich arbeite. Ich habe lange gesucht und geguckt... nach Zeug, was für meine Art zu arbeiten passt. So... Das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, dass es Künstler gibt, die sich hinstellen und sagen, ihr müsst jetzt den Bleistift haben, und ihr müsst jetzt... die Stifte benutzen. Ja... Aber wenn diese Stifte und dieser Bleistift vom Handling und vom Gefühl her nicht meine Art und Weise zu arbeiten und meinen künstlerischen Stil unterstützen, was soll ich denn da mit dem Scheiß? Äh... Vielen Dank! Freut mich, dass es dir gefällt. Ach, es ist... Ähm... Das ist schon so ein bisschen dieses Veranlagungs-Ding. Also, ich bin... Ich will immer nicht so viel auf Talent rumhacken, weil es gibt so einen schönen Spruch, Hard Work beats Talent. Ähm... Und Talent ist schlussendlich auch was, was viel schwieriger zu trainieren ist, als jeder andere mentale oder physische Muskel. Aber auch das kann man trainieren. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen die Veranlagung, das zu machen. Ich war schon immer so ein Technik- und Science-Fiction-Fan. Ich habe schon immer gern sowas gemacht. Ich zeichne gern... Ich mache die Dinge gern richtig, wenn ich sie mache. So. Manchmal bin ich mit einigen Dingen in Nerven kleinlich, das weiß ich. Oder Detail versessen. Da müssen dann manchmal meine lieben Mods darunter leiden, wenn ich es dann so ganz genau haben will. Es tut mir dann auch hinterher manchmal so ein bisschen leid. Oder es bedeutet halt auch einfach, dass Projekte länger dauern, weil ich ein bestimmtes Ergebnis haben will. Äh... Starter-Steh. Starter-Steh. Splashy! Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut, komm gut nach Hause, geh nicht mit fremden Männern mit und bis zum nächsten Mal. Manchmal braucht man so einen Augenblick Pause für die Hände. Das hilft schon. Aber das... Seht ihr so ein bisschen den Unterschied? Kommt das einen Tick rüber? Was die verstärkten Linien bewirken? Dass man... Man selektiert die Bereiche, die man wahrnimmt, unbewusst anders. Ein Starter-Set ist schwer. Ich kann dir sagen, dass Pentel-Stifte sehr, sehr gut sind. Ich kann dir sagen, dass von Anfang... Als Zeichner diese... Nicht ganz so einfachen... Na, komm mal her. Von Stadler. Diese Druckbleist-Stifte, die gibt es in verschiedenen Größen. Also nur 3, 0, 5, 0, 7... Finde ich aber gut fürs Zeichnen. Äh, ja. Ja! Äh, ja. Die sind ganz cool. Mit denen habe ich angefangen, bis ich meine Vorliebe für Metallstifte entdeckt habe. Äh... Ähm... Ja, Roller und Langnickel ist auch ein sehr hochwertiger Hersteller. Ähm... Ich persönlich mag sowas wie diese Tombow Mono Zero oder generell Stift-Radiergummis. Weiße Radiergummis finde ich generell auch angenehmer. Ähm... Was denn noch? Einen ordentlichen Anspitzer aus Metallwändern. Ähm... Die Inking-Pens von, ähm... Ähm... Mach ein paar Probezeichnungen und... Das Gefühl, wie er in der Hand liegt. Und dann guck, dass du dir eine Mine mit einem Härtegrad besorgst, die, sag ich mal, angenehm zu führen ist. Und dann probier rum. Stück für Stück für Stück. So habe ich auch das Material gefunden, was für mich passt. Geh in einen guten Zeichenbedarfsladen und lass dir verschiedene Sachen zeigen und probier die aus. Das ist viel geiler, als wenn ich jetzt zu dir sag, geh und kauf dir Pentel-Stifte. Die sind super. So, nachher findest du die nicht angenehm und dann hast du Kohle für Scheiß ausgegeben, die du gar nicht brauchst. Das ist Quatsch. Zeichenbedarfsläden gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Musst du ein bisschen googeln. Kleiner Tipp. Einen guten Zeichenbedarfsladen hast du gefunden, wenn... Ein Großteil des Raums in so einem kleinen, muckeligen Geschäft besonders Dach voll ist mit irgendwelchen Farben und Stiften und Staffeleien und sonst was und da kaum noch ein Mensch durchpasst. Dann hast du nämlich einen Zeichenfreak, der wirklich Bock auf den Stuff hat und der verkauft dir geilen Kram. Der wird dich wahrscheinlich zwei Stunden tot seiern mit irgendwas, mit Stiften, wenn er erstmal jemanden hat, dem er was erzählen kann. Aber der wird dir geiles Zeug anbieten. Und alles andere kommt dann hinterher. Ja, Dumm, ich weiß. Habe ich liegen, bin ich nur noch nicht dazu gekommen, sie einzurichten. Ich habe mich gerade gewundert, wieso mein Handy so komisch surrt, weil es auf einem Stift liegt. Das erklärt einiges. Witch Sacko. Habe ich es richtig ausgesprochen? Moin, moin und herzlich willkommen in der Community. Hi and welcome to the Community. Wer übrigens wissen möchte, wie häufig ich streame, normal ungefähr dreimal die Woche so 20 bis Mitternacht, 20 Uhr bis Mitternacht. Bugs Bunny, ich mache keine Geschäfte im Stream. Das heißt, wenn du, genau, die E-Mail-Adresse, die Dumm gepostet hat, wenn du im Grunde genommen einen Auftrag abgeben möchtest, schick mir eine Mail da hin. Ich antworte dann und dann können wir verhandeln, wo wir landen. Weil das hier ist eine zu wuselige Umgebung, um einen ehrlichen Deal machen zu können. Schreib mir einfach eine Mail, ich melde mich dann. Und dann finden wir schon eine Einigung. So, das müsste eigentlich... Ja, das ist auch gut von der Separierung her, das sieht ordentlich aus. Stift, 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 Stift. Wenn die Hütte voll mit Zeichnmaterial ist, dann sucht man auch gerne mal. Cool. Halt auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Tatsache, leg ein Blatt Papier unter deine Hand, wenn du mit einer Bleistiftzeichnung arbeitest. Das hat auch ewig gedauert, bis ich das gecheckt habe, wieso manche Leute das machen. Du, kein Ding. Benni, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen in der Community, schön, dass du da bleiben willst. Für alle, die jetzt so neu sind, da ich nächste Woche in Köln auf der Gamescom sein werde komplett, könnt ihr mich da, wenn ihr dort seid, am Stand von Wacom täglich ab 14 Uhr als Gastzeichner finden. Und wenn ihr dranbleiben wollt, was ich da so treibe, empfehle ich euch Facebook und Twitter. Dort veröffentliche ich auch Streaming-Termine etc. Nur als Tipp. Jetzt müsste ich eigentlich erstmal was anderes machen. Ah, ja. Machen wir doch erstmal das. Das Vieh hat ja vier Arme. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Moin moin und herzlich willkommen in der Community. Eine Ohrenkotze. Ich stehe immer noch auf diesen Namen. Geil. Grüß dich, na. Der hier. Das hier, die hier. Habe ich Centaria zu Ende begrüßt? Wenn nicht, begrüßt. Also, freut mich. Hi. Hi and welcome to the community. Grüezi. Ich spiele mit einer alten Idee Einhorn. Das ist so ein Ding. Das wird auch noch nicht der endgültige Entwurf bleiben. Ich will ihn nur fertig machen. Ich finde es doof, den jetzt nicht fertig zu machen. Ben. Hallo. Grüß dich. Hi. Tron. Tronsi. Tron. Tron. Hey. Hi. Grüß dich. Moin und herzlich willkommen. Auch dir einen entspannten Abend. Euch allen natürlich. Feels Batman. You're Batman. Ja, heute ist was los. Ist doch geil. Mehr Leute, mehr Spaß. Ist natürlich immer so ein Ding. Wer viel labert, zeichnet wenig. Wer viel labert und zeichnet, guckt wenig in den Chat. So, boh. Hey. Grüß dich. Hi. Auch dir einen entspannten Abend und herzlich willkommen. Aber im Moment klappt das so vom Balancing her noch. Ich habe immer gesagt, bis so, ich glaube bis 50 Zuschauer hat man das alles ganz gut im Griff. Und es kann eine entspannte Atmosphäre bleiben. Wenn es nachher auf die 100 zugeht, wird es glaube ich schwierig, diese Atmosphäre, die wir jetzt so haben, zu behalten. Ben, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du dranbleiben willst. Nils. Na? Ich grüße dich. TT Nils. TT? Tonträger? Hm. Hm. Kabal Centur? Ja, so ein bisschen. Wenn ich wieder Zeit hätte, Xbox Live Gold zu haben und wie er Destiny spielen könnte, das wäre geil. Aber im Moment lohnt sich Xbox Live Gold einfach für mich nicht, weil ich keine Zeit zum Zocken habe. Jetzt, wo du sagst, kotze. Jetzt, wo du sagst, kotze. Äh, außerhalb von Twitch klingt sowas irgendwie komisch, oder? Reno! Moin! Äh, hast du einen Rat, wie man am besten anfängt? Hab generell das Problem, dass ich den habe, aber wenn ich das Papier und Stifte und Tablet von dann so weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte und packe das Zeug auf. Einstieg ins Artwork. Äh, ist immer scheiße. Bleibt auch so. Ähm, was ich ganz gerne mache, wenn ich die Zeit habe, ist ein Warm-Up-Sketch. Du willst zeichnen, du hast eine Idee, gut. Du sagst, du willst die nächsten drei Stunden zeichnen. Dann fang eine halbe Stunde vorher an. Äh, kein Plan, was abgeht. Ich grüße dich. Moin, moin. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für den Host. Ähm. Und zeichne so eine halbe Stunde vorher einfach irgendwas. Äh. Das, was vor dir irgendwo auf dem Tisch steht oder whatever. Aber, äh, einfach umzuzeichnen, um irgendwie, äh, sag ich mal, den, den, den kreativen Muskel in Gang zu kriegen und zu trainieren. Und dann, wenn du so eine halbe Stunde ein bisschen an irgendwas rumgegniedelt hast, schattier irgendwelche Quadrate oder sonst was. Das ist total Banane. Es geht bei diesen 30 Minuten nur darum zu zeichnen, nicht darum, was du zeichnest. Dann, danach, ähm, fängst du überhaupt erst an, das zu zeichnen, was du eigentlich machen willst. Nennt sich Warm-Up-Sketch. Kommen manchmal witzige Sachen bei raus. Aber die, äh, bringen im Grunde genommen die Komponenten in deinem Hirn und in deiner Muskulatur in Gang, die nötig sind, um zu zeichnen. So, das ist, und dann bist du im Grunde genommen aufgewärmt und kannst vernünftig anfangen zu arbeiten, wenn du das zeichnest, was wichtig ist. Wenn du dann deine Idee bewusst umsetzen willst. Mal eine halbe Stunde Bäume, Kekse und Lamas. Ja, genau. Keine Ahnung. Mal Eiskugeln, mal, äh, einen Aschenbecher, der vor dir steht. Whatever. Es ist völlig unwichtig, was du malst. Mal irgendwelche Cartoon-Figuren, mal, was weiß ich, was auch immer du magst. Außer in dem Fall Brüste, das wird ein bisschen eintönig. Nur Kreise, hm. Da würde ich dir was anderes machen. Auch wenn du die wirklich magst, wäre doof. Oh. Hm. Wenn du einen vernünftigen Bleistift haben willst, hol dir einen Druckbleistift. Ich, ah, nee, stopp, Quatsch. Ich arbeite gerne mit Druckbleistiften. Andere mögen Bleistifte klassisch lieber, dann Faber-Castell. Die sind generell einfach saugut. Und das ist wieder so eine Frage, was gefällt dir besser? Was liegt besser in der Hand? Es ist nämlich für mich unheimlich wichtig, und das haben mir auch andere Künstler schon bestätigt, dass das Arbeitsmaterial angenehm ist und dem entspricht, was ich machen will. Er-Va-Qui... Er-Va-Qui-Al-FC? Er-Va? Grüß dich! Moin, moin! Und herzlich willkommen in der Community! Ähm. Bei dem Namen mache ich es mir jetzt mal einfach. Weil wenn du dich von deinem Arbeitsmaterial gestört fühlst, kommt nichts Ordentliches dabei raus. Dann kannst du es lassen. Das ist, äh... Kannst du komplett in die Tonne hauen dann. Dein Arbeitsmaterial muss für dich entspannt nutzbar sein und muss für dich auch einschätzbar sein. Vor allem, grüß dich! Moin, moin! Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen entspannten Abend. Das ist ja auch was, was mich immer freut. So dieses... Ich stelle fest, dass viele Leute halt auch wiederkommen, wenn ich stream. Finde ich geil. Das ist schon fett. Es ist kurz vor Mitternacht, auf den Sonntag und wir sind 30 Leute. Geiler Scheiß. Das ist schon echt saukool. Und bevor die Frage aufkommt, wieso malst du Scopes auf die Knarren? Das ist voll der Alien-Roboter, der guckt da doch gar nicht durch. Das sind Kameras, die mit den Zielerfassungssystemen des Alien-Roboters verbunden sind. Das war jetzt so ein Vorschlag ins Blaue, Rino. Ich habe keine... Also, ein bisschen, ob es geht. Und mag die trotzdem. Aber auch wenn du welche hast, hindert dich das doch nicht daran, welche zu zeichnen. Kannst auch eine Packung Knoppers zeichnen. Nee, ist keine blöde Frage. Es geht tatsächlich... Bei einigen Bereichen geht es tatsächlich nicht. Das ist richtig. Semesterführer. Ich habe für... Bayern-Feiertag. Zu der Radieren-Frage. In einigen Bereichen geht es nicht. Das liegt an der Kombination aus der Stiftdicke und aus dem Papier. Das ist etwas dickeres, beschichtetes Papier. Wenn man da kräftig auf... Oder ein bisschen kräftiger aufdrückt, dann hast du so eine leichte Druckrille im Papier. Die kriegst du nicht mehr weg. Darum musst du... Solltest du sicher sein bei dem, was du tust. Oder mit dem Ergebnis halt leben können. Bei einigen Sachen ist es halt auch bewusst, weil ich mehr Material auf dem Papier haben will. Dadurch, dass ich stärkere Linien habe, muss ich dann halt damit leben. Und nee, also ich radiere hier jetzt wenig weg. Es gibt natürlich noch so kleine Tricks und Kniffe, die einem erlauben, auch dann hier noch zu kaschieren. Aber ich verrate heute nicht alle meine Zaubertricks. Und außerdem ist das auch echt blöder Fummelkram. Dann lieber einen Augenblick durchatmen und sicher sein. Das sieht man zumindest... Das wird man in der Kamera nicht sehen können. Diese Linien, einige Linien, da sieht man, dass die leicht ins Papier einsinken. Semesterferien, Studentin also. Ich hoffe Kunst. Dann weiß ich, wie die Semesterferien aussehen. Erster Vorlesungstag danach. Nee, Professor, also der Typ auf dem Computer in dem Twitch-Stream hat mir während meiner Semesterferien beigebracht, dass... Ja, diese Blockade zwischen Kopf und Hand, die sollte eigentlich mit Übung weniger werden. Ich hatte das Krasseste, wo ich das mal hatte, war... Da wollte ich ein Porträt zeichnen, als Geschenk für eine gute Freundin. Und ich habe früher immer die Finger von Porträts gelassen. Ich habe da... Ich habe es gehasst. Ich wollte das auch nicht. Einfach aus dem Grund, weil... Ich immer diese Horror-Vision hatte. Ich zeichne das fertig. Ja, das auch. Nein. Wirtschaftspsychologie. Ja. Bugs-Bernie, das ist richtig. Kolorieren und so später. Und hingegen. Erstmal mit Bleistift üben. Nee, ich wollte... Ich hatte Angst, wenn... Ich habe mir das mal so vorgestellt, du zeichnst ein Porträt. Gehst du der Person hin? Gibst ihr das? Und sie sagt, Mensch, coole Zeichnung, sieht ja super aus, aber wer ist das? Und da hatte ich so einen Schiss vor. Ich habe nie Porträts gezeichnet. Und... Dann wollte ich dieser Freundin halt was schenken, weil das halt eine A, eine sehr, sehr gute Freundin ist. B, die selber Zeichnerin ist. Und C, ich... Der halt auch was Besonderes schenken wollte. Erstes Problem. Porträt. Wusste ich, sie wird da tierisch drauf abfahren. Zweites Problem. Die Frau sieht echt killer gut aus. Ja gut. Fürs erste Porträt, warum nicht? Mache man sich das auch gleich mal schwierig. Dann habe ich mir Porträt-Zeichentechnik-Videos auf YouTube und was weiß ich nicht was angeguckt. Ganz, ganz lang. Und irgendwann... Waren wir dann an dem Punkt, wo sie bald Geburtstag hatte. Und ich... Musste. Also es musste fertig, weil auch keine andere Zeit mehr, keine andere Möglichkeit mehr. Keine Kohle beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, ich zeichne eher was. Und whatever. Also es musste sein. Zum Morgen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut. Komm gut nach Hause. Morgen wird gedaddelt. Danach bin ich auf der Gamescom. Aber danach geht es hier mit Streaming weiter. Also nächste Woche wird wenig gestreamt. Aber ich hoffe, du kommst trotzdem wieder. So. Und dann habe ich mich rangesetzt. An die Zeichnung. Habe auf ein weißes Blatt geguckt. Ach shit. Holst du erst mal ein Bier. Bier weg. Blatt immer noch leer. Ach shit. Holst du ein zweites Bier. Zweites Bier weg. Blatt immer noch leer. Und dann war es wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, entweder bist du gleich besoffen. Oder aber, du fängst jetzt einfach an. Da habe ich angefangen zu zeichnen. Und das ist nach wie vor mein bestes Porträt. Und manchmal ist es wirklich so, einfach gar nicht so viel Kopf machen. Einfach mit irgendeinem Element von der ganzen Zeichnung. Mach dir nicht so viel Gedanken. Fang mit diesem einen Stück an und der Rest kommt dann. So, das ist... Manchmal ist es... Ist man als Zeichner viel zu verkopft dabei. Hm. Hm. Das ist natürlich mies. Das Schöne ist, mit ihr verstehe ich mich immer noch super. Aber die Frau ist auch einfach ein toller Mensch. Muss man ganz klar sagen. Darum hat es mich auch umso mehr gefreut, dass ich da jemandem wirklich eine Freude machen konnte. Das ist dann natürlich... Dann in dem Fall ist man auch noch mal so ein bisschen dabei und will das auch schaffen. Aber das ist manchmal auch die Motivation, die man braucht, um dann dazu zu lernen. Und dann mit neuen künstlerischen Fähigkeiten aus der Aufgabe hervorzugehen. So, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Das ist so. Das ist einfach so. Da kannst du sagen, was du willst. Und ansonsten ist es halt echt einfach viel... Üben, 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 üben. Ich kann euch noch so viele richtig geile Tipps geben. Es fehlt erstmal das Grundtraining, die richtige Hand-Auge-Koordination, das geschärfte Muskelgedächtnis. Viele Dinge sind halt einfach scheiß, nerviges, blödes, mistiges Kack-Üben. Nervt mich selber. Ich habe selber auch keinen Bock, mich hinzusetzen und Hände zu zeichnen oder Füße oder Köpfe oder whatever, weil ich das üben muss. Aber es ist das eine, was ich will, das andere, was ich muss. Ich will das können, ich will das schaffen, ich will besser dran werden, also mache ich das. Ähm... Einer und Kotze, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, schlaf gut, komm gut nach Hause, geh nicht mit fremden Männern mit und bis zum nächsten Mal. Wenn du Bock hast, morgen ab 18 Uhr wird in voraussichtlich nicht ganz so toller Grafik, aber mit viel Spaß und blöden Sprüchen Overwatch gezockt. Und vielleicht noch ein bisschen Mark of the Ninja und über unsere emotionalen Vorfreunden über die Gamescom gequatscht. Schau doch wieder rein. Holy Shit. Nur nur 1, 25 Leute. 15 neue Follower. Geiler Abend. Leute, ihr seid super. Echt, muss man euch mal sagen. Echt geiler Scheiß. Und einmal ein klares Lob an meinen Mod Doom. Cool, dass du da bist, cool, dass du so lange da bist und lieferst gerade echt gut ab heute Abend. Muss man echt mal sagen. Runde Mods loben gehört immer dazu. Ja, Overwatch. Ich werde Overwatch spielen mit Doom, mit Jujibla, einer anderen Streamerin, die sich auch sehr lohnt, wenn man kreativ Streaming macht. Ich habe übrigens unten so einen Bereich Recommended Streamer, beziehungsweise Twitch Elite. Das sind alle Streams, die ich auch selber gerne schaue. Nur als Tipp. Das sollte übrigens jetzt nicht bedeuten, dass das total die gute Idee ist, sich erstmal zu besaufen, bevor man anfängt zu zeichnen. Wird ich jetzt bloß nicht falsch verstehen, Shit. Das war nur, also ich bin alt genug und ich darf Bier trinken und das war an dem Abend, habe ich das halt, das war nur ein Beispiel, also. Ja, Overwatch wird lustig. Was denn? Und ein Mods loben gehört dazu. Ja, es ist, ich kenne das auch. Ich habe das, manchmal hilft es auch, sich dann einfach so ein bisschen abzulenken. Erstmal was anderes zu machen. Man darf sich dann nur nicht zu sehr in dem anderen, was man macht, verlieren. Das kenne ich nämlich auch. Ja, ich würde zeichnen. Aber ich habe keine Idee. Okay, ich zocke erstmal. Pff, fünf Stunden später. Ich wollte doch zeichnen. Shit. Das darf euch nicht passieren. Rino hat nicht ganz unreicht. Zu viel Bier senkt allerdings auch die Zeichenqualität. Ach, da ist Doomie rot geworden. Süß, ne? Ne, da muss ich jetzt ein bisschen anders anfangen. Ja, Overwatch ist übrigens wirklich ein geiles Game an dem Ball, um auf die beiden Aussagen nochmal zu reagieren. Aber ich bin generell ein großer Freund der Blizzard-Spiele. Ich mag auch Diablo unheimlich gerne. Bei mir ist es eigentlich relativ viel, einfach die Tatsache, dass Diablo unheimlich großartig ausdesignt ist. Und man da kaum was, äh, oder generell Blizzard-Spiele sind unheimlich großartig designt. Und die haben halt diesen speziellen Look, diese Blizzard-Optik. Das kennt ihr sicherlich. J4F stundenlang. Shit. Wir müssen zur Rewe. Mit dem Laster. Mit dem großen Laster. Und Schienmasken. Nein, Moment, das habe ich nicht gesagt. Ja, ist okay. Mal einen Kürbis. Hauptsache, du malst irgendwas, um irgendwie in Gange zu kommen. Das ist das. Das ist das, wenn du die ganze Zeit darauf wartest, dass der eine Funke Klick macht, den du brauchst. Um zu zeichnen. Ich meine, guckt euch Concept-Artists an. Die machen zig Entwürfe, bevor sie, ähm, das finale Ding, also das finale Artwork haben. Die setzen sich nicht hin und sagen, so, ich zeichne jetzt einen Panzer. Panzer, fertig, nächster. Die machen zig Versionen. Nicht David. Okay, äh. Nicht David. Vielen lieben Dank für den Follow. Moin, moin und herzlich willkommen in der Community. Schön, dass du dranbleiben willst. So, und darum dieses Instant sofort darauf loszeichnen, ähm, das gibt's eigentlich nicht. Selbst wenn du glaubst, zu wissen, was du zeichnen willst, weil dein Hirn dir ein Bild zeigt, weißt du noch nicht, wo du anfangen willst und wie das genau aussehen soll und was du genau machen sollst. Und, äh, das sind halt alles so Dinge, die musst du quasi erst, äh, in Anführungsstrichen, dann finden. Und, äh, das ist halt alles so, äh, in Anführungsstrichen, dann finden. Puh, egal. Kürbis auf einer Kette. Psch, Eimer. Ähm. Ja, äh, simpel ausgedrückt, Ju hat recht. Äh, Doom. Wegen der Idee. Das ist jetzt nicht mehr umzusetzen. Nicht so schnell. Was ich auch immer erwähnenswert finde, ist, egal wie lange ihr zeichnet, es wird immer irgendwas sein. Was geben, was euch zeichnerisch auf den Sack geht. Oder dann, um die Damen zu würdigen, auf den nicht vorhandenen Sack. Spakul, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, schlaf gut, komm gut nach Hause, geh nicht mehr fremden Männer mit und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, morgen wird gezockt, dann häng ich auf der Gamescom rum, aber danach gibt's dann wieder Kreativ-Gedöns, und zwar reichlich. Was, Tränsäcke gelten auch? Äh, hm? Wait, what? Tränsäcke? Bugs-Benny, jetzt bin ich mal gespannt, der letzte deutsche Boxer? Was? Ich kann dem Gespräch nicht mehr folgen, ähm... Yo! Das ist manchmal faszinierend. Ich weiß nicht, wie schnell einem als Streamer das Gespräch im Chat entgleiten kann. Ich hab früher immer nicht verstanden, wieso Streamer bei denen ganz, ganz viel los ist. Manchmal, äh... Achso, bei Deal of Olympia. Da ich bis auf, äh... Dinge, wo sich zwei Leute ein paar an die Ohren hauen, nicht so sportbegeistert bin, verfolge ich Olympia nicht. Und Boxkämpfe würde ich gucken, wenn ich nicht grad streamen würde. Und... Hallo, David. Äh, nicht David. Entschuldigung. Ich wollte dir hier nicht... Ich wollte nicht David nicht unterstellen, David zu sein. Da nicht David nicht David ist, wäre es eine Unterstellung, wenn ich behaupten würde, nicht David wäre David. Alles klar, völlig zusammen, Magnus. Das macht doch alles hier überhaupt keinen Sinn. Das macht doch alles hier überhaupt keinen Sinn. So, offiziell mache ich übrigens eigentlich um Mitternacht Feierabend, aber wir machen noch ein bisschen eine Weile. Gary ist... Gary ist esbar. Geiler Name. Ich liebe diese Twitch-Namenskultur. Ich grüße dich, moin moin und herzlich willkommen. Hi and welcome to the stream. Bertrand. acht Sekunden. Das ist irgendwie so соз review. Alles klar, was ich sollte mir solutionen. Ahmed wird dasứ Love, wusste mich und ansie. 어렵est du dich, was du hast. So, jetzt haben wir den zweiten Satz Arme. Mit einer kleineren Knarre, die gerade nachgelaufen, laden wird. I like it. Den. Manchmal muss ich mich kurz ein bisschen, den müsste ich mal anspitzen, das würde helfen. Ein bisschen sortieren. Dann, was ich eigentlich als nächstes machen wollte. Stadler, Vollmetall, Anspitzer, sehr geil. So schnell findet man Freunde. Ich mag Katzen, ich auch. Lass uns Freunde sein. So wie dieser, ich freue mich ja tierisch auf den Film. Ich finde ja Batman vs. Superman großartig und ich freue mich auf Justice League. Aber diese Sequenz in dem Justice League Trailer, wo er mit Flash redet, ich bin ein bisschen Comic-Junkie. Um das gleich zu klären, ich habe eine Sammlung von über 1000 Comics und ja, ich bin da ein bisschen, ne, so. Ähm, wo, wo Batman mit Flash redet und ihm so, pass mal auf, willst du mitmachen und Flash einfach so, ja, ich bin dabei und fast einfach so. Und Flash so ganz trocken. Ich brauche Freunde. Also ich musste so lachen bei der Szene. Das ist auch so ein, hey, I like this, I like this too, let's be friends Ding. Und das sie zum, als Hintergrundsong Mucke von den White Stripes benutzt, haben wir auch cool. Und Gay Gadot als Wonder Woman ist echt scharf. Und Ben Affleck ist ein guter Batman. Pff, Stream leer, keiner guckt mir zu. Mist. Ja, ist ein kontroverses Thema, ich weiß, der Typ ist trotzdem cooler als Batman. Ich mag diesen etwas älteren, zynischen Arsch-Batman. Und ich wusste von vornherein, dass Jason Momoa als Aquaman eine coole Sau wird. Dein Kumpel zum Jammern gebracht, wieso das? Ich meine sicherlich mit Grund, natürlich. Ein Mitglied meiner Community würde niemals etwas tun, was nicht sinnvoll oder nicht mit Grund wäre. Aber, äh, ne? Warum das? Batman ist eh der coolste Marvel-Held in Harry Potter. Äh, Harry Potter. So, und wie war dein anderer Spruch nochmal? Äh, Zelda ist der coolste Typ in Narnia? Oder irgendwie sowas? Der ist doch auch von mir. Das ist so ein typischer Doom-Spruch. Mein Bürostuhl rutscht schon wieder runter, ich werde kleiner. Scheiße. Nein, 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 nein. Gut. Diese Pepsi ist extrem überläufig. Oh, sag mal. Nervt fast gar nicht. So. So. Das ist aus dem Sound. Das ist aus dem Soundtrack von Mass Effect 3, finde ich auch ein sehr schönes Stück. Vielen lieben Dank und mach sie fertig. Töte es bevor sie... Kill it with... Nein, nicht kill it with fire, sie ist in deinem Zimmer. Der ist auch gut dumm. Geoblood, vielen lieben Dank für den Follower und herzlich willkommen in der Community. Du bist der 666. Follower, yeah. Der Typ ist Nummer 666, extrem böse, Vorsicht. Nerd Rage. 666 Follower. Ey, Doom, noch ein bisschen mehr als 1000, dann haben wir Caneplay erreicht. Das ist voll geil. Ich meine, ich mach den Scheiß seit einem Jahr und... 666 Follower. Die olle Twitch-Birne zeigt das noch nicht an, aber... Da es bis eben 665 war, müssen das ja jetzt 666 sein. Das war ein bisschen creepy. Muss das Opfer schaffen. Ey, spring um, ich will die Scheiß 666 sehen. Das war ein bisschen creepy. War ein bisschen creepy. Ist das ein Zufall? Nein. Ich hatte eigentlich... Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass wir dieses Ziel heute Abend erreichen. Ich hatte eigentlich... Äh... Ja, genau. Hm. Ähm. Ich hab so eine rote Halogen-Röhre hier rumliegen. Äh. 650. Oh, äh, nein. Also, wir sind bei 665. Die 666 kommt grad nicht. Äh. Äh. Dumm. Nein. Ich glaube, wenn ich am Rhein beim Grillen ein Schaft zerlege, krieg ich Ärger. Ich hab so eine rote Halogen-Röhre hier rumliegen und hab eigentlich gedacht, ich mach für den 666. So ein Follower, was fertig ist, dass ich auf so einen Knopf drücke. Irgendwie auf einmal wird ein Pentagramm eingeblendet. Ich drück auf die Steckdose. Rotes Licht geht an. Es wird Metal-Mucke eingespielt. Die 666 ist der Follower. So. Das wollte ich eigentlich, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass das heute Abend schon passiert. Trotzdem freu ich mich da drüber. Wie geil. Wir brauchen eine Jungfrau, Rino so. Sorry. Timm mal uns durch. Bin ich Aussie? Jetzt zeigt die 666. Ich muss mal aktualisieren. Ich will die 666 sehen. Das geht an der Rhein überhaupt nicht. Mann. 664? Was soll denn das? Wieso geht denn das runter? Oh. Zwei Leute sind wohl doch nicht dran geblieben. Dann bist du doch nicht der 666. Follower. Das tut mir leid. Oder aber das System ist so doof zum Zählen. Was ist jetzt blöd? Das finde ich aber dran sehr, sehr cool. Dann in dem Fall werde ich mich bei Kane und Splashy auf jeden Fall noch bedanken. Splashy noch da? Wenn ja, danke Splashy. Wenn nicht, auch danke Splashy. Wie sind deine Seuche? Dann sind wohl zwei Leute doch nicht dran geblieben. Dann bist du leider nur der 664. Follower. Es sei denn, Twitch ist so doof zum Zählen, wie gesagt. 666. Ja, bis 666. Ich hoffe, in wie vielen Jahren das wohl soweit sein wird. So. Jetzt muss ich Beine zeichnen. Und Knie. Knie. Okay. Das kann nur super werden. Bane, Kane und Splashy. Ja, die machen mächtig Werbung für mich. Bei dir werden sie... Oh, cool. Jetzt sind wir auch bei 665. Was mache ich mit all meinen Zeichnungen? Ein paar davon behalte ich. Ein paar davon verkaufe ich. Weil, ne? Das sind Auftragsarbeiten für Kunden und so. Manchmal, wenn ich es über den Kopf kriege, verschenke ich auch ein, zwei davon. Also, alles mögliche. Bugsbanny. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut. Komm gut nach Hause und geh nicht mit fremden Mann damit. Cool, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. So ewig lange werden wir aber auch nicht mehr machen, Leute. Das muss ich gleich dazu sagen. Weil ich morgen den letzten Tag habe, bevor ich nach Köln aufbreche, zur Gamescom. Und das heißt, ich muss morgen noch mein ausgedrücktes Portfolio abholen. Ich muss noch ein paar Einkäufe erledigen. Ich muss noch meine Tasche packen. Ich will morgen ab 18 Uhr noch streamen. All solche Dinge. Das heißt, ich will nicht allzu spät aufstehen. Ich denke mal, so bis 1 oder so machen wir noch. Nicht, David. Ein Schnitzel ist immer nice. Ein Schnitzel auf der Hand geht immer. Den Moment, in dem Schnitzel nicht nice wäre, den gibt es nicht. Ich madre. I muss das bitte untertамен. Okay. Und da kommt ein bisschen weg. Gerade ich bin naval aus來. Genau. Dass ging mal gar nicht. Schön, gesund. Echt? Shit. Ach, Renu. 666! Jawohl, du bist doch der 666. Follower. Geil! Davon muss ich kurz, also hier, ne? Foto und so. Äh, Ben! Vielen Dank! Bis morgen und angenehme Nacht. Schlaf gut. Ich muss jetzt einmal kurz ganz doof ein Foto von 666 Followern machen. Doch es lässt sich bestimmt noch irgendein unterhaltsamer oder dusseliger Post machen oder beides. So. 666. Geiler Shit. Wiener Schnitzel ist schon lecker. Wiener Schnitzel Das ist ja auch wieder ein geiler Spruch. Mein Magen grummelt. Der will mir bestimmt sagen, dass ich was essen soll. Nachteil ist, ich habe Magenprobleme. Die sagen mir, dass ich nichts essen soll. Shit. Was mir übrigens noch eingefallen ist. Mick hat übrigens netterweise gesagt, wer ihn quasi hergeführt hat. Wie ist es bei den anderen neun, sag ich jetzt mal. Wie habt ihr hergefunden? Auch über Promotion oder beim Durchschauen des Streams? Äh, ja. Wenn dieser Ausdruck mit HU kommt, dann kriegst du entweder vom Bot einen mit oder aber Doom schickt dich für eine Weile auf die stille Treppe. Das ist die andere Option. Finde ich aber schön, dass du daran gedacht hast. Finde ich gut. Ich versuche hier ja auch nicht so viel zu fluchen. Muss ja nicht so viel zu fluchen. Mal Scheiße sagen ist eine Sache, aber alles andere. Wir sind hier immer noch auf einer öffentlichen Plattform. So, ich bin bei Libel nicht derjenige, der nicht flucht und ich bin auch ganz bestimmt nicht Mr. Political Correctness. Das ist ja auch was ich teilweise schon gesagt bekommen habe. Aber dadurch, dass wir halt auch so einen aktiven Chat haben, durch einen Schnitzel, ein Österreicher hatte ich hergeführt. Ist das ein versteckter Hinweis auf Angry? Verdammte Verschwörungstheorie. Mir wurde ja auch schon des Öfteren gesagt, dadurch, dass wir so eine aktive Community hier haben, ist der Stream meistens im Creative-Bereich recht weit oben. Was ich auch schon irgendwie geil finde. Was ja auch für die Community... Nee, ich kann nicht mehr reden. Für die Community sprechen. Danke schön. Freut mich. Tschüss. Bitte schön. Amen. Das hätte ich eigentlich so ein bisschen... Das muss ich auch anders machen. WB only. Also viel übers Durchschauen bei Twitch. Es ist doch gut, dass der Mechanismus zu meinen Gunsten funktioniert. Generell funktioniert. Ups. Lampe angetitscht, durchs Bild gegriffen. Okay, das waren alle Fehler, die gehen so nacheinander. Und das war ein wenig dunkel. Ich weiß, ihr habt, wie es geht. Ich muss das Gefühl, dass der Nussberflug ist und dabei rauskennen. Ich muss das Gefühl, dass der Nussberflug ist. Oh, oh. Huh. Es ist ja praktisch, dass die anderen soweit sind. Ich bin das Letzte, was übrig geblieben ist. Nein, alles cool. Wollen wir hier mal nicht zu emotional werden. Für die emotionalen Momente in diesem Stream ist Doom zuständig. Hm, bist du ja schon recht weit. Jo, es fehlt im Grunde nur mit dem Rest vom Bein und die Tentakel und Schatten. Und Fuß. Das ist jetzt aber so langsam der Shadowrun-Soundtrack, oder? Ja, Shadowrun-Return-Soundtrack. Na, ich sag ja, für die emotionalen Momente hier im Stream ist Doom zuständig. Das ist auch so ein Ding, was irgendwie die Crisis-Spiel-Reihe gepflegt hat. Und eingeführt hat, dass man künstliches Muskelgewebe an diesen Mesh-Strukturen erkennt. An diesen Gitterstrukturen vom Look her. Ist auch interessant, wie so ein Spiel so Spuren hinterlässt. Gar nicht wahr, schnüff. Schade, dass keiner der Crisis-Teile wieder so gut war, wie der erste. Crisis 1 war echt ein fettes Game. Das war einfach richtig gut. Lazy American! Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen in der Community. Thank you for the follow and welcome to the community. Wenn man schon Lazy American heißt, muss man wenigstens auf Englisch begrüßt werden. Passt das ungefähr, kommt das hin? Ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie ich das andere Bein setze. Vom Winkel her, weil der ja in so einer Lauf-Haltung sitzt, ist, steht, rennt. Taubsee of the death. Packung Taschentücher war mein Account, der gedrungen ist. Cool nicht, David? Ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Pokémon-Go-Spieler. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder gern. Ich bin ja schon ein Tick älter als die meisten auf Twitch. Oder meistens bin ich älter als der Querschnitt der Community, formulieren wir so rum. Und damals, vor so bummelig 13, 14 Jahren, habe ich in einem Rollenspielladen gejobbt. Und da haben wir die erste Packung Pokémon-Spielkarten gekriegt. In diesem Trading Card Game. Und ich packe das aus, gucke mir das an und sage ganz trocken zu meinem damaligen Chef, was ist denn das für ein Scheiß? In ungefähr einem Jahr kennt das doch keine Sau mehr. Da spielt doch keiner. Fast forward 14 Jahre später. Man mag sagen, ich habe mich geringfügig geirrt. Ich glaube... Ich glaube, das wird schon noch gespielt. Aber ich habe so generell gesagt, Pokémon an sich kennt dann doch irgendwann keiner mehr. Also ich habe das tatsächlich auf die Pokémon im Allgemeinen bezogen. Jetzt so langsam sieht es doch ganz geil aus. Ja, nur ein bisschen. Ich habe mich da nur einen Tick vertan. Wow, L-Major. Major. Wow. Wo will... Wow, L-Major. Major. Moin, moin. Und herzlich willkommen in der Community. Hi and welcome to the community. I like spaghetti too. Not every day, but... Mostly I really like them. They're easy to cook and they taste good with some spaghetti with tomato and stuff like that. Yes, I like them. Okay, I like trains. Das bin ich nie losgeworden, nachdem ich das erst mal... I like trains. Und schnitzel. Habe ich mir tatsächlich mal gemacht. Ich hatte noch Schnitzel vom Vortag und habe mir dann Spaghetti mit Tomatensauce dazu gemacht. War voll geil. Das ist genauso wie nachts noch ein Stück kalte Pizza. Geht auch immer und ist immer geil. Und schnitzel. titanfall no it's not titanfall it's cool that you think that it is from titanfall and i really appreciate that but it's basically an old idea i try to reimagine or expand or however you want to say it it's a it was basically a design for four armed military combat suit and it was part of a design concept i made for a pen and paper role playing game and they rejected it because they didn't like the whole idea with these tentacles and stuff like that and i keep kept this in mind for a long time because it was at that point it was an old idea and i always wanted to do something with it and now i'm trying to to create a whole look around this whole idea and i switched from an combat suit to more like a battle robotic body for an alien type creature which actually has in its biological form tentacles and now the idea is that these tentacles are in the mechanical tentacles of the robot body and that this is something like the battle form of that alien creature and i tried to build a design that has some alien-like looking technical aspects in it and i'm not sure that i will keep this but it's one step on the whole design way it's pretty possible that i will get back to the old idea like it's or that is it's more of a combat suit for humanoid and something like that yeah um they accepted a different idea i made a set of designs the whole basic body structure of the idea was okay they had some problems with those tentacles and stuff like that we we switched the designs a couple of days a couple of times but they were pretty happy with it and you can see the outcome or the the final idea on the cover of a book that is called opus amatum which is released by the urwerk verlag it's for the pen and paper role playing game contact and when you look at the cover you will see a uh a mac on his knees with an open cockpit and i made concept art for that game so it's not the final artwork you see within the book it's not from me but i was part of the design team who created the look for the some of the weapons and the armor and stuff like that and some drones they hired me for pretty technical stuff as you can as you maybe can guess i like to i would guess my english gets bad it's late here in germany i'm drawing for five more than five hours now and my english is now a bit a matchy i'm drawing for five hours a bit my line information is also not so much you know you should actually return to the moment pause between the what i'm doing here is actually not good you should if you've done long zeichnen wollt, plant Pausen ein. Das ist auch für einen Zeichner. Auch Leute, die das beruflich machen, die machen immer mal Pause. Ey, wisst ihr, was ich gerade machen wollte? Ich wollte gerade STRG S drücken, um das Bild zu speichern. Oh, shit. Das ist so der Punkt, wo man merkt, dass der Tag lang ist und man wirklich auf ist. Ich wollte gerade ernsthaft zur Tastatur greifen und STRG S drücken. Ich habe auch schon mal im Pausenraum auf der Arbeit gesessen und mich verzeichnet und wollte STRG S drücken, um einen Schritt zurück zu gehen. Ey. 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 C Teen. Ey. Ey. ! Ey. Thank you. Yeah, the basic idea when I started to stream or when I started to build my web presence was to get to the point where I can live from my art. Robert! Hi and welcome to the stream. Thank you for the follow. Moin moin, grüße, und herzlich willkommen im stream. Vielen lieben Dank für den follow. Schön, dass du dran meinen willst. And now I'm pretty happy with streaming, I really like it and it became a very fixed part of my creative way because I really like to talk to the community and get them involved in ideas and stuff like that and the idea is to get all of this, the combination of my art and the stream and everything else, my appearance as an artist on conventions and so on. To a point where I can say I can live from my art. I don't... Oh, danke. Ja. Ich sag mal, es ist ein Roleplay-Game. So. Das ist... Aber du hast recht. Es spät. Das war tatsächlich immer so mein Ziel, dieses... Ich... Ich wollte nie... Also... Ich... Ich wehre mich jetzt nicht gegen das Geld verdienen, äh... Aber, äh... Ich wollte nie unbedingt zwangsweise super reich werden. Ich wollte einfach nur, und will's auch immer noch, an einen Punkt kommen, wo ich mit meiner Kunst sagen kann, ich kann von was leben, was mir persönlich was bedeutet. Ähm... Und vielleicht irgendwann mal eine Familie ernähren. Das ist eigentlich, wenn ich das schaffe, bin ich zufrieden, also alles cool. Dieses ganze Fame and Fortune Ding, Fortune, ja, Fame, ach komm. So. Ich bin jetzt schon irgendwie berühmter, als ich dachte, dass ich je werde. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Sonntagnachts um 0.49 Uhr 22 Leute, äh... hier beisitzen und zugucken, wie ich zeichne. Ja. So, das ist schon... Das ist schon krass. So. You wanna learn German? I grew up with German. It's such a... Sometimes it's even, to me, a strange language, and it's hard to learn, it's a difficult language, even when you grew up with it. Boah, ich brauche hier gar keinen Bock mehr, ich bin so fertig gerade, ähm, ja, ich kann auch mal einen von den Tentakeln machen, so ein bisschen zum Testen, um mal zu gucken, ob ich habe so einen Look für die Tentakel im Kopf, ich habe gar keinen Bock die Füße zu machen, das ist mir zu schwierig. Manchmal muss man auch einfach, wenn man an einem Artwork arbeitet, was Einfaches machen, da so ein bisschen entspannen. Was zum Henker hat? Ah, Doom. Jetzt sind wir schon bei 669. Das benutze ich für einen Post. Geiles Ding, Doom. Ja, das hat es funktioniert. Ja, es hat es funktioniert. Ja, es funktioniert. Es hat eine Art, die ganze Deutsch und die, die man sagt etwas und kann in dem NDRs, dass auf bestimmte Teilen, was du sagst und alles, wie du in Deutsch kommunizieren möchtest. Ich mag es wirklich, aber es ist nicht eine einfache Sprache. Um, ja... You should not learn... You should not want to learn... How should I say? It's too late, my brain is not working correct. What you should do is try to learn to draw like you want. Like, not like me, you should draw like you. Because people should recognize your art as your art. But generally learning to draw in a way that you can say, that's my art. It's a pretty long journey. Jetzt hab ich gemerkt, Fischkeks. Jetzt war auch immer so still. Kein Bock mehr auf Twitch gehabt oder was war los? Oder hast du irgendwo unflätige Dinge gesagt und sie haben dich rausgeworfen? Ja. 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 Wisst ihr, was auch ziemlich geil ist beim Streamen? Was ich festgestellt hab? Also... Man kann sich seine eigenen Streams zur Fehleranalyse angucken. Das war voll deep, Digga. Shit. Stand ist doch so. Und ich mein jetzt nicht nur die Fehler beim Streamen, sondern auch die Fehler beim Zeichnen. Ja. Measuremens, weil ich so viel mehr. Ich bin so zwei, die größte. Ja. 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 Ich hab gerade gesagt, das ist in Kunst oder in Kreativität gibt's generell meiner Meinung nach nach diesem Punkt, wo du sagen kannst, ich habe das jetzt gelernt, nicht wirklich. Ich finde Kunst oder kreatives Handeln in jeder Form, da geht es viel um den Weg an sich und ums Anfangen, gar nicht ums Ziel, weil man, ich finde, einer der größten Schätze in der Kreativität ist, die Option, ständig noch was zu entdecken, was dazu zu lernen und selber als Künstler sich zu entwickeln. Ich finde, das ist das, was Kunst eigentlich an sich wertvoll macht. Nicht was Finales zu haben, sondern was konstant vor dir Liegendes, was du anzustreben hast oder was du anstreben kannst zu haben und auch was, was dir ständig eine Chance gibt, vielleicht auch über dich selber so ein bisschen nachzudenken, wo du gerade mit dir hin willst. Ja, um die Uhrzeit wäre ich immer ein beschissener Künstler, aber tiefsinnig. Dankeschön, das ist gut. Being inspired is a good state of mind, it's a good situation for yourself. All these inspirational videos are pretty unpersonal, they are just combinations of sentences and music and someone just took this there, this there and this there. It's not that he made something by himself, it's just he combined stuff that already exists. Ich glaube, das wird geil aussehen. Vomit ich nur noch nicht so ganz happy bin, dass der Schnauzen- oder Kopfbereich immer... Das ist okay. Das sieht im Ganzen jetzt gut aus. So, aber es ist gleich ein Uhr, Leute. Das heißt, es wird langsam spät hier. Ich wollte eigentlich bis Mitternacht machen. Das ist ein bisschen schade, die Hütte jetzt dicht zu machen. Will nicht noch einer followen? Das ist bei 670. Nein, Spaß. Ich glaube, ich mache Feierabend für heute. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja, Movie Clubs, definitiv so. Das ist ja so dieses nächste Ding. Selbst wenn du irgendwo an einen Punkt gerätst, wo du irgendwie feststeckst mit der einen Art von Kreativität, kannst du anfangen, mit anderen Medien zu spielen, kannst du anfangen, andere Konzepte zu verfolgen, kannst anfangen, deinen kreativen Input zu ändern. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich streame jetzt auf Twitch und kriege Feedback on the fly, live, während ich arbeite. Das hat mir unheimlich viel gegeben, auf Twitch mit dem Streamen anzufangen, weil ich ganz viele Situationen hatte, wo ich dann da saß und sagte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich das machen will oder dies oder jenes. Und dann hat irgendwer in dem Moment aus dem Stream gesagt, aus dem Chat hat gesagt, probier doch mal das oder nimm doch mal die Farbe. Das sieht so ein bisschen aus wie das und das, kannst du nicht so in die Richtung oder so. Und das hat für mich ganz, ganz viel wertvollen Input. Oha, Fischkeks, was kommt jetzt? Aber das ist halt auch so, dass du die Möglichkeit hast, wenn du kreativ unterwegs bist, auch mal links und rechts zu gucken und zu variieren in dem, was du tust. Ich habe gesagt, dass eine andere coole Sache, und die Movie Club pointed mich an, das ist, dass wenn du zu einem Punkt bist, wo du nicht sicher, was du tun sollst, oder du denkst, dass du dich in einem bestimmten Punkt bist, und du bist ein bisschen zu entwickeln, und du kannst die Medien, du kannst die Workflow, du kannst deinem Umgebung, und du kannst das immer mehr oder weniger starken Influenz auf deinem Umgebung, und das änderts die Weise, wie du deinem Umgebung machst. Und das bringt dich zu einem Punkt, wo du getrenst, und wo du kannst du mit deinem Umgebung mit deinem Umgebung, aber in eine andere Weise. Hey, so, sometimes, that's... Being creative is... It's hard to describe, how cool this is. Sinteria. Gute Nacht, schlaf gut, komm gut nach Hause, geh nicht mit fremden Männern mit, hab morgen angenehm, starte in den Tag, und wenn du Bock hast, bist morgen Abend, da wird geschnackt und gezockt. Das klingt nach einem Extrem-Free-Climber. Du bist nicht der Einzige, der das macht, es ist schon irgendwie irre, aber es ist nicht viel beknackter, als mit einem Stofftuch aus einem Flugzeug zu springen. Oder mit einem Gummiseil von einer Brücke. Cool, dann bis morgen, Sinteria. Aber sei es, wie es ist, Leute. Der alte Mann will schlafen. Wir haben noch hier irgendwo so einen... Genau. So. Das war jetzt für... Bummelig eine Woche. Erstmal der letzte Kreativ-Stream. Weil ich morgen noch den Pre-Gamescom-Games-Stream machen werde. Und danach bin ich für eine Woche in Köln. Ich werde auf der Gamescom live zeichnen, im Wacom-Umstand. Ich werde mir eine Menge coolen Stuff angucken. Ich werde über die Gamescom-Latschen Leute treffen. Würde mich freuen, wenn Leute, die mich sehen, einfach mal Hallo sagen. Und ich werde eine Menge Fotos machen. Ich werde Videos machen. Ja, Major. Es ist getting late hier in Germany. Ich werde etwas in Englisch sagen. Oder es gibt finalen Wörter auf der Stream. In ein paar Minuten werde ich es in Englisch sagen. Und dann wiederum in Englisch. Ja, ich hoffe, es wird eine geile Woche. Wer Bock hat, dran zu bleiben. Ich sag mal Social. Sprich Social. Ich werde alles, was ich habe, an coolen Sachen auf Facebook und Twitter und dergleichen veröffentlichen. Und viel auch auf Instagram. Da werden auch die Streaming-Termine und andere Artworks und generell Sachen, die ich mache, veröffentlicht. Also da, wer dranbleiben will, kann sich auch da ruhig und gerne einklinken. Ich werde morgen, wie gesagt, nochmal einen Gaming-Stream machen. Und in der Woche darauf gibt es dann wieder einen regulären Stream-Plan. Dann gibt es auch wieder Creative-Streams. Und dann wird es weitergehen. Und ich sag vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Vielen Dank für die sehr aktive Community. Es war ein echt geiler Stream. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch allen eine angenehme Nacht und einen guten Start in die Woche morgen. Und hoffe, dass ich möglichst viele von euch in Köln vielleicht mal treffe. So, und jetzt will ich das Ganze in Englisch nochmal wiederholen. Und ich sage, ich werde jetzt nicht mehr streamen für heute, weil ich heute Morgen bin, weil ich heute bin, die letzte Zeit für mich, bevor ich zu Köln für die Gamescom. So, ich habe ein paar Sachen zu machen. Und ich werde ein Game-Stream morgen am 6.00 Uhr, wo ich über die Overwatch mit ein paar Freundinnen und über die Gamescom über die Gamescom. Und dann werde ich in Köln für die ganze Gamescom über die Gamescom. und short movies und stuff like that to bring on my webspace everything I see and hear there. So, if you are interested in that, just follow me on Facebook or Twitter or Instagram and there you can see the streamdates and all my creative work also besides the things. Tomorrow means 15. Monday. Oh, it's one o'clock here in Germany so I just it's too late. I just should say today and yeah I just want to say thank you for being such an active community and all the talking and all the follows I really appreciate that and and so hope you all have a good night and you maybe or hopefully will be back during the next streams so as I said next stream will be a whole gaming and talking stream and after that there will be basically no streams for a whole week because I'm not at home and yeah just want to say thank you and hope you will be here for the next streams and have a good night and yeah ja 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 Leute ich gucke jetzt noch mal nach dem Host und wie gesagt war ein geiler Stream vielen Dank ich gucke noch mal ob ich euch einen noch auf die Auge geben kann da haben wir doch einen Whisper äh wen haben wir denn da ich muss mal gucken ich muss mal gucken wer online ist ich habe hier auch noch einen Stream Vorschlag und ich gucke mir mal denjenigen an den nein Quatsch äh äh jetzt bezahlt man mich schon dafür dass ich die Klappe halte Lonely vielen Dank für den Fünfer sehr cool von mir äh Tristan Hashi was macht denn derjenige ich muss da mal kurz reingucken ich denke dafür hast du Verständnis ich nehme mal den Vorschlag an wir hosten mal einen Streamer auf die Empfehlung von Only hin der meint der ist cool also lassen wir den mal cool sein und ich mache schon mal die Mucke aus nicht das Mic sondern die Mucke und sag gute Nacht und bis zum nächsten Mal und tschüss 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 Okay.